Musik Sonntagmorgen, 10 Uhr und ein paar kaputte. Hier ist Potsdok 2017 aus einem Garten in Sorschied im Hunsrück. Hallo Potsdok, juhu! Und, hallo Sonne! Hallo Sonne, Hand die Klappe für die Sonne. Ja, da ist irgendwas am Himmel, das hat so eine komische Farbe, das kenne ich überhaupt nicht und das ist rund und es macht vor allen Dingen so eine komische Wärme. Ich habe schon alles ausgezogen, was ich anständigerweise ausziehen kann. Ich habe auch noch ein Potsdok T-Shirt an, tatsächlich. Guck mal. Konnte man gar nicht sehen die ganze Zeit. Nee, die ganze Zeit, ich hatte das immer angehabt, also nicht immer dieses, ich habe schon welche zum Wechseln, also nicht, dass ihr jetzt denkt, um Gottes Willen, wie kann das denn sein? Wir teilen uns eins. Aber jetzt, ne? Genau, Wechselwäsche bedeutet, jeder sucht sich einen Wechselpartner, ist klar. So, okay. Nein, ich habe das vor allen Dingen deswegen gemacht, weil ich gerade auf der Suche war nach einer Potsdok Kaffeetasse, die es hier gab. Also es gab original Potsdok Kaffeetassen, denn Sebastian hat auch eine Promotasse und ich dachte so, im richtigen Morgenmagazin, die großen Vorbilder aus den öffentlich-rechtlichen, da haben die ja auch immer so schöne Tassen und so weiter und wir wollten ein bisschen Promo machen. Also für Studiolink kann man gar nicht genug Werbung machen. Achso. So, für Potsdok wollte ich auch gerne Werbung machen, aber das ist ja auch doof, ihr seid ja eh schon da. Jetzt habe ich mir eine Blumentasse genommen. So, damit ist dann auch... Ich habe noch, ich habe ein Dymo dabei, kannst du noch Sendegarten draufschreiben? Das sollte eine, wie sagt es, eine Sub-Werbung sein. Achso, ganz... Wie nennt sich, wie heißt das denn? Unterschwellig. Unterschwellige Werbung. Jetzt hast du das natürlich gesagt, das ist die Werbung für den Sendegarten. So, ihr habt es nicht gemerkt. So, dann mache ich es mir mal bequem. Oh ne, warte mal. Da steht was nicht. Was ist denn anderen? Ne, warte mal, irgendwie... Da ist irgendwie... Was ist denn das? Ich spüre da irgendwas. Ah, oh. Ich habe da einen Ball gespürt und der ist jetzt ganz kaputt. Verdammt. Verdammt. Ja, der ist noch von Puerto Partida. Ja, ich habe auch gerade schon pathetischen Sand in den Ohrmuscheln gehabt. Also irgendwie, die muss gestern Abend eine Sause abgegangen sein. Das sage ich dir. Okay. Okay, der Ball kann aber noch. Der kann noch. Ja, hier sind noch so Sachen, so hübsche. Hier sind noch mehr Bälle und hier ist eine Zitronenbatterie. Eine Zitronenbatterie? Die haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, doch, das ist eine Zitronenbatterie. Aber da sind keine Leitungen dran. Wo geht der Strom denn hin? Partidische Aale machen das irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie das im Detail geregelt wird. So. Dann erstmal so. Wie geht es dir denn jetzt? War das jetzt schon wieder? War ich das? Schon wieder ein Ball? Nein. Was? Nein. Ich habe mich so nach hinten gelehnt. Nein. Sebastian, wie geht es dir denn heute? Am 3.4.? Ich weiß gar nicht. Wie viel Tag? Sportstag ist das für dich? Für mich, wenn ich die Vorbereitungen dazu ziele, wahrscheinlich der 150. Tag oder so. Ja, tatsächlich. Also ich hatte jede Woche irgendwas, zumindest am Wochenende, immer kurz mit Planung und so weiter zu tun tatsächlich. Und das hat sich dann, also die Vorbereitungsphase irgendwie war jetzt ein halbes Jahr lang Podstock für mich tatsächlich. Ein halbes Jahr Podstock? Ja. Boah. Ist das nicht furchtbar? Ein halbes Jahr lang dieser Zustand? Moment. Aber so ganz konkret, wie fühlst du dich im Moment, heute Morgen, so nach dem Motto, boah, Gott sei Dank ist das bald vorüber oder hat gerade gut geklappt, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, doch. Doch, doch, kann man nicht so anders sagen. Kann man denn schon so irgendwas sagen, was jetzt so vielleicht… Ja, 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 Daumen hoch, ich habe es heute Morgen auf Twitter gesehen, du hast gepostet, jeder soll seinen Daumen hoch. Ja, ich wollte mal gucken, wie viele zusammenkommen, vielleicht kommt ja noch der eine oder andere. Ach, guck mal, da ist gerade noch einer frischer reingekommen. Genau. So ein bisschen, das ist ja das soziale Medium, Daumen hoch. Genau. Ist ja geklaut, gebe ich ja zu. Und wir haben auch endlich das Potthorn quasi… Das Potthörnchen, genau. Auf die Bühne bekommen, es hat sich getraut. Am ersten Tag hat es ja auf der Wiese gestanden, ist fürchterlich nass geworden, gestern hat es mehr oder weniger im Haus verbracht. Richtig. Am Neuheizung und wahrscheinlich hat es auch einen Schal um, ich weiß nicht. Und jetzt hat es sich wieder herausgetraut. Ja, die Sonne ist ja da dann, ja. Ja, noch das Potthörnchen. Genau. Ganz kurz, was war das Komplizierteste heute, also gestern, heute, vorgestern? Das Komplizierteste? Für dich so, um Gottes Willen, das haben wir vergessen. Die Waffeln. Die Waffeln. Ja. Ich war im Workshop und man hat nach einem veganen Rezept gesucht, verzweifelt und es, ja, keiner war da und das ist schiefgegangen. Aber dann hat sich das auch selber gefunden. Aber das war eigentlich die einzige Kleinigkeit, die mir dann zu spät runtergefallen ist. Finde ich jetzt ein faszinierendes Fazit sozusagen, hier mit 60 Leuten in so ein Haus einzufallen, Selbstversorger zu sein, sowohl was Essen angeht, als auch was Klopapier angeht, als auch was verlegt. Ja, ich hatte das Waffelrezept gesucht und hat dann den Laptop bei mir im Zimmer liegen lassen und ich dachte, ich hätte ihn irgendwo quasi hier unten liegen lassen und hat dann eine halbe Stunde lang hier unten gesucht nach dem Laptop. Ach du lieber Himmel. Ja klar, das ist natürlich dann, wo ist das, der Lab, das, der Lab, Klappcomputer, wo ist der Klappcomputer geblieben, genau, da war er weg. Das war mein größtes Problem eigentlich über die ganze, also nicht, ja, doch, das war, doch, das war, ja. Okay, okay. Ja, zu weiteren Feedbacks kommen wir später. Aber dafür war es eigentlich ganz okay. Ich wollte gerade von dem Thema wieder weg. Achso. Ich wollte sagen, zu weiteren Feedbacks kommen wir später, da seid ihr nämlich gefragt, wir machen nachher noch so eine kleine fliegende Feedbackrunde, aber bevor wir das machen, fragen wir erstmal Leute, die noch selber was hier mitgebracht haben, auf die Bühne gebracht haben und laden ein, diejenigen, die einen Workshop gemacht haben oder falls sie nicht mehr da sind, diejenigen, die an einem Workshop teilgenommen haben, uns ein bisschen daraus zu erzählen, was auf der Bühne los war, haben ja nun fast alle mitbekommen, mitbekommen können. Es gibt auch reichlich Aufnahmen dazu. Achso, eine kleine Frage kam vorhin noch zu mir. Die Videoaufnahmen, die hier gemacht worden sind, die Shows, kann man die auch irgendwo nachgucken? Haben wir alle weggebracht. Okay, ja dann, das war das, was wir hören wollten. Nein, wir haben die alle auf YouTube jetzt bald drauf und sind aber noch unveröffentlicht. Ich gehe die nochmal alle durch, weil ich auch nochmal vorher abstimmen möchte, ob wirklich alle einverstanden sind. Von ein paar weiß ich schon, dass sie das nicht möchten. Aber alle, die sagen, ja, hau raus. Die werden dann so ausgeblurrt oder wie machst du das dann? Ne, die sind ja alle nicht gelistet. Die werden dann wieder gelöscht. Achso, ich dachte wie bei Google Street View, dass sie dann so einen grauen Kasten umdrum drüber kriegen oder so. Nein. Ja, wir müssen halt gucken. Manche wollen vielleicht nur das Audio raushauen. Genau. Also zu den Bühnenaufnahmen kann ich auch nochmal sagen. Wir haben alles auf dem Aufnahmerechner. Ich lade das morgen alles hoch und schicke dann die Links zu den Sendungen alles raus und dann könnt ihr eure Produktion starten. Hast du morgen noch Urlaub? Ach, du bist ja dein eigener Arbeitgeber. Ja, ich mache das nebenbei. Ach ja, natürlich. Nebenbei. Ja. Diese ganze Mitschubserei machst du nebenbei? Ja. Muss ich ja. Ist das ein, ist das ein, ich weiß es überhaupt nicht. Ich verstehe gar nicht, wie das alles verstehen soll. Okay, also es wird, gibt es denn einen Podstock YouTube Kanal? Habe ich den bisher nur übersehen? Gibt es, der ist noch nicht wirklich verlinkt, aber den gibt es tatsächlich. Oh, heute live auf der Bühne erfahren. Wenn wir genug, ich glaube, wenn wir genug Follower irgendwann haben, dann können wir sogar den richtig mit einem schönen Link machen. Mit einem schönen Link? Ja, ich glaube, da gibt es ja so eine Grenze, bis man irgendwann genug Follower hat und dann kann man erst einen richtigen Link sich generieren, sonst kriegt man so einen generierten Link. Ah, und dann kann man einen Sprechenden haben wollen? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Ich bin auch kein YouTube-Profi, aber das ist das, was ich mal gelesen habe dazu. Ich muss gerade lachen, hinter dir auf der Leinwand steht. Fazit vom Buddler, Daumen hoch, dann sehen die Leute auch, wenn man im Schlamm versunken ist. Ja gut, für ein Sommercamp war es jetzt ein bisschen feucht, aber offenbar habt ihr ja durchgegangen. Ich hatte ja den Luxus eines Hotelzimmers. Ich kann euch nicht sagen, wie gut ich das gefunden habe, dieses Mal, für ein trockenes Bett liegen zu können. Aber wie viel, also ich weiß, einen Fall, da ist ein Zelt nass geworden. Nein. Die haben wir im Haus runterbekommen. Also ich sehe eins. Ja, ich weiß nicht, ich wollte gerade fragen, wie viele noch trocken geblieben oder nicht trocken geblieben sind. Welches Zelt ist trocken geblieben? Ah, okay. Wie, auch von außen? Wie habt ihr das gemacht? Ja, außen ist ja egal. Wir haben ein Haus drumherum gebaut. Eine Plane noch drüber gezogen. Also eigentlich habe ich im Frühstücksraum gezeltet, oder wie? Genau, die haben sich alle in die freien Betten gelegt. Also die sind dicht geblieben, das war jetzt ja eigentlich die Frage. Ja, und so viele Hände hoch, ist denn eins richtig abgesoffen? So, man wacht morgens auf und denkt. Ja, eins weiß ich, glaube ich, ne? Eins ist komplett. Na gut, wenn es nur Wasser ist. Ich habe mal, als ich noch jung war, habe ich mal in einem Zelt geschlafen. Das wurde durch eine Petroleumlampe erleuchtet. Und nachts habe ich diese Petroleumlampe umgeworfen, woraufhin das Petroleum sich dann im Zelt austeilte. Und als ich wach wurde und dachte, scheiße, ist das hier nass, habe ich im Petroleum gelegen. Das war ein bisschen unangenehm, kann ich dir sagen. Das trocknet auch so schlecht. Das kann man tagelang verreiben und dann... Na gut, hilft aber gegen Mücken, glaube ich. Gegen Wölfe, Bären. Ein Problem weniger. Von Störchen bin ich auch nicht gefressen worden. Okay, genug meiner Geschichten aus der Jugend. Wir haben die technischen Sachen durch, soweit wir uns erinnern können. Worüber wollten wir noch reden? Ja, Workshops wollten wir jetzt. Genau, fangen wir doch mal an. Wir hatten ja zusätzlich zu dem Bühnenprogramm den Podcaster-Tisch und das Workshop-Programm, sowohl indoor, unterm Dach, als auch geplant zumindest outdoor, ist dann in den Säulenraum verlegt worden. Also Outdoor-Aktivitäten in den Säulenraum. Wollen wir den auch noch nummerieren? Es gibt ja nur einen Säulenraum, ne? Es gibt nur einen Säulenraum, einen... Ich meine, war das Wort Säulenraum. Das klingt nach Kathedrale. Doch, der ist nummeriert. Der ist nummeriert. Du kannst ihn auch 47-8-9 nennen, das ist total sexy. Nein, offiziell heißt das Säulenraum 1. Ist es auch im Säulenraum 2? Das frage ich mich gerade, weil ich meine, es gibt ihn hier wirklich als Säulenraum 1 Bilder, Raumaufteilung? Moment. Doch. Eine Frage an die Nerds. Wenn es von einem Element nur 1 gibt, muss man es durchnummerieren und beginnt man mit 0 oder 1? So, das kann ich ja mal gerade... Mit 0. Also das ist Säulenraum 0. Also, jetzt können wir mal gerade selber gucken. Das ist die offizielle Seite. Da steht Säulenraum 1. Lustigerweise Säulenraum 2 ist genau der gleiche Raum. Das ist das Bild vom Säulenraum Nummer 1 und das Bild vom Säulenraum Nummer 2. Also das zweite Bild vom Säulen. Ja, okay. Das macht Sinn. So kann man natürlich ein Hotel auch sehr vergrößern. Also Garten 1, Garten 2, Garten 3. Mein Gott, was haben sie für ein Anwesen. Küche 1. Ja, guck mal, da haben sie... Ah ja, Küche, kleines Haus, stimmt. Ja, okay. Das hat Konsistenz. Schlafraum 1. Schlafraum 2, kleines Haus. Ja. Man kann ein Muster erkennen. Du hast recht. Das freut mich aus, die Frauen, dass ich dir was erklären kann. Also, das hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Das kann ja auch mal verpeilt sein. Ich bin es auch manchmal. Also, so ist es ja nicht, ne? Das ist gut. Willkommen bei den Menschen. Ja. Sie kamen in Frieden. So, das sind also dann die Lokalitäten. Die haben wir geklärt. Jetzt kommen wir zum Inhalt sozusagen. Ich habe hier auf meiner Liste als erstes am Podcast-Tisch, nee, wir fangen mal an, 9 Uhr gestern Abend, Internetradio selber bauen im Säulenraum. Das haben wir gerade geklärt. Säulenraum 1 und 2, beide gleichzeitig. Aus zwei Perspektiven. Ja, beide Räume gleichzeitig. Wer hat Internetradio selber bauen gemacht? Wer war dabei? Wer kann ein bisschen was erzählen? Komm bitte. Irgendeiner. Was ist das gewesen? Internetradio. Braucht man das überhaupt? Ist das nicht eigentlich die Technik von gestern? Es kommt jemand auf die Tür. Ja. Oh, die sind zu zweit. Wir sind nicht vorbereitet. Doch, natürlich. Du hast da einen Stuhl hingestellt und du hast ein zweites Hetze. Was heißt denn, du bist nicht vorbereitet? Besser geht es doch gar nicht. Ja. Guck mal. Das Blaue bitte einmal. Sehr gut. Hallo. Michael an der Technik hat alles im Griff. Ich finde, der Mann, der hat so viel Tolles gemacht, den können wir auch mal eben beklatschen. Den können wir auch mal beklatschen. Applaus Nur so nebenbei. So, haben wir das auch überbrückt. Wer ist zu uns gekommen? Wer seid ihr? Ich sehe da ein Schild. Das ist Jörg. Gut. Und du bist? Nils. Wie? Nils? Nils. Nils. Jörg und Nils. Ja. Hallo. Das ist ein solches Massenereignis hier, dass man sich ab und zu, dass man am Sonntagmittag da steht und sagt, wie, du warst hier auch? Wir hatten aber schon mal eine Kollision an der Kaffeemaschine. Habe ich geschlabbert dabei? Das erzähle ich dir nachher. Alles klar. So, Nils und Jörg, ihr habt also Internetradio selber bauen angeboten. Was habt ihr da gemacht? Kein Internetradio gebaut. Keins. Kein einziges? Oder eins oder keins? Keins. Keins. Also, das war nämlich so, wie das hier total cool und üblich ist. Wir saßen einfach mit total vielen coolen Leuten zusammen und üblichen und üblichen und haben so ein bisschen geguckt, wer hat eigentlich auf was Lust, wer braucht was, wer braucht wo Unterstützung und genau, Jörg hat die dann unterstützt und ich bin weitergegangen. Du hast geguckt? Ja. Was war denn der Sinn vom Ganzen? Ihr habt gesagt, Leute, es kommt zu uns. Was habt ihr denn gesagt? Habt ihr Vogelfutter ausgebreitet oder was habt ihr da hingelegt? Also, wir haben im Prinzip geht das Ganze zurück auf so ein Radio, was ich mal gebastelt habe vor ein paar Jahren und dann habe ich dieses Jahr einen Vortrag dazu auf einer so Hacker-Veranstaltung in Nürnberg gemacht und dann habe ich gedacht, machen wir gleich hier Recycling auf dem Podstock und dann haben wir gedacht, können wir das Ganze auch noch ein bisschen praktischer machen. Die Schwierigkeit war jetzt, wir hatten so eigentlich als Idealvorstellung, wir bringen hier einen kompletten Bausatz mit und jeder, der möchte, kriegt so einen Bausatz und baut sich ein Radio und das hat aber weder bei uns von der Zeit her geklappt, das vorzubereiten und ich glaube, man hätte dann wahrscheinlich auch hier irgendeinen ganzen Tag gebraucht, um das irgendwie zusammen zu fummeln und das wäre dann schade, dann würde jeder, wäre dann praktisch für den ganzen Tag ausgebucht mit so einer Aktion und deswegen war es jetzt glaube ich so, wie wir es jetzt gestern gemacht haben, dass wir einfach kurz vorgestellt haben, was für Möglichkeiten es gibt, was man machen kann, wie man an sowas rangehen kann, wenn man sowas bauen will, war das eigentlich, glaube ich, passend, soweit. Also würde ich sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst. Wie groß war die Gruppe, wie war das Interesse, wie groß? Von bis, also wir haben mit ein paar Leuten angefangen, mit anderen Leuten irgendwie aufgehört, also es war, das fand ich ganz schön, das war so eine ganz gute Stimmung. Ihr habt also immer wieder dasselbe erzählt, dann kamen ja immer wieder neue Leute. Genau, wir haben mit so ein paar Leuten angefangen und mit ganz anderen aufgehört und immer wieder dasselbe erzählt und mit ein paar Leuten angefangen. Also das ist so ein Loop. Ein Loop. Ein Loop, das ist gut. Ich frage mal eben, war jemand dabei und hatte jetzt plötzlich den Impuls mitgenommen, Mensch, Internetradio baue ich mir zu Hause auch. Einer, zwei, drei, vier. Immerhin, guck mal. Ihr habt zwei, vier, also das ist eine Verdopplung, wenn man so will. Ja. Super. Seid ihr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist, mit den Gesprächen? Ja, also. Ja? Wie gesagt, man kann das vielleicht auch ausbauen, also vielleicht kann man tatsächlich mal in einem zukünftigen Podstock, ich hoffe ja, das wird hier nicht das letzte gewesen sein, dann auch tatsächlich sich nochmal überlegen, das wirklich als Workshop, wo man dann wirklich auch das so macht, dass man wirklich was bauen kann, aber das, wie gesagt, da hätten wir mehr Vorbereitung gebraucht und da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen zu spät angefangen, damit was zu organisieren. Aber das, ja, also so wie es jetzt war, glaube ich, war es okay und wenn es jetzt für die Teilnehmenden auch in Ordnung war, glaube ich, hat das gepasst. Wunderbar. Ja, jetzt traue ich mich gar nicht zu fragen, ob ihr schon mal an einem vorherigen Podstock teilgenommen habt, wo ich mich schon gar nicht erinnern könnte, dass ihr heute da, dieses Mal da gewesen seid. Ist das das erste Mal Podstock für euch? Ja. Und wie habt ihr davon erfahren? Naja, wir sind ja Podcasts. Ich glaube, uns hat Tim gefragt, ob wir zum Podstock kommen. Ah, Rundpropaganda, immer das allerbeste. Sehr gut, danke schön. Und ich habe erstmal was zum Geier, ist das Podstock irgendwie? Ja. Also, und ja, dann. Wie hat es euch dargestellt und was habt ihr erlebt? Passte das irgendwie oder war es doch ganz anders? Ne, also ich fand, ich war eigentlich so ganz, ganz zufrieden mit dem allen, also. Eigentlich ganz zufrieden, das klingt so da richtig, ah, das war klasse. Was ist denn das eigentlich, warum hast du ein nasses Zelt gehabt? Nein, ich hatte, ich war ja auch Auswärtsschläfer, also von daher, ich bin auch trocken geblieben. Team Hotel. Genau, Team Ferienwohnung. Oh, ah. Aber, ne, also ich fand es mal schön, einfach die ganzen, die ganzen Leute, die man so jetzt auf Twitter und so kennengelernt hat, mal live zu sehen und auch zu merken, dass die tatsächlich alle so rasend nett sind, wie man sie auf Twitter so erlebt. Ui. Das hatte ich gehofft, aber man weiß ja manchmal auch nicht, dann denken sie sich, hm. Könnten auch Trolle sein. Könnten auch Trolle sein. Freundliche Trolle, die sind so nett und in Wirklichkeit sind sie gar nicht so. Genau, und ich, also ich war eigentlich sehr, sehr begeistert, dass man eigentlich wirklich mit lauter sehr netten Menschen hier ist und ja, einfach viel, die man so von der Stimme her schon mal kannte oder halt, dass man irgendwie durch die Twitter-Timeline geflogen ist, jetzt einfach mal die Leute direkt zu treffen, auch wenn natürlich die Zeit dann wieder viel zu kurz ist, um sich mal wirklich mit allen zu unterhalten oder so, aber so für den Erstkontakt tatsächlich super, also. Nils, wie war das bei dir? Schließt du dich an von den Worten deines Vorredners oder musst du noch was? Wurst du auch in die Ferienwohnung geschlagen? Ach, Quatsch. Na, was heißt hier Quatsch? Kein, also. Ich bin, äh. Team Zelten, aber sowas von. Ja. Zelten. Zelten. Yeah, guck mal. Achso, hier, nein. Die andere Fraktion, genau. Trockene Zelten und so, zwar ohne Luft in der Isomatte, aber trocken. Ohne Luft? In der Isomatte. Ohne Luft in der Isomatte? Ja. Sie ist ja kaputt gegangen. Dann ist es aber ohne ISO, dann ist es nur Matte. Nee, ISO war noch super. ISO war auch. War aber hart. Okay. Verstehst du? Ich dachte, das Luftpolster wäre die Isolation. Ja, aber ich habe auch einen guten Schlafsack und alles. Okay. Ja. Nein, natürlich Team Zelten und es war großartig, weil Zelten ist cool und Zelten mit coolen Leuten ist cool. Wie war das dieses Jahr mit den Mücken? Ging das? Also ich habe ja gesagt, das hat so viel geregnet, die Mücken hatten so schwere Flügel, die konnten gar nicht aufsteigen. War das so? Oder ist das meine Skubs-Kurve-Theorie, die ich ausgleiche? Ich komme sozusagen gerade vom Zeltlager und da war das Hauptquartier aller Mücken der Welt. Und deswegen, die waren ja jetzt noch alle da wahrscheinlich. Nein, die waren alle da. Ja, gut. Nee, das war super. Also ich höre daraus, ein Podstock 2018 könnt ihr euch für euch vorstellen. Ich habe ja heute Morgen schon den einen oder anderen Leak gehört und ich war sogar schon mal auf der Homepage. Was? Und ich muss ja gar nicht mehr sieben. Ja, ja. Es gibt einen Leak, es gibt einen Maulwurf. Ich denke, es ist nicht das verbreitet, ne? Wenn ich jetzt Quatsch rede, muss ich das Mikro, aber leise. Abrauch, Abrauch. Nein, nein. Hier darf jeder Kruse Theorien frei äußern, selbstverständlich. Und ich muss halt gar nicht mehr sieben Stunden Auto fahren, sondern nur noch 45 bis 60. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, nächstes Jahr, das schaffe ich dann. Da kann ich ja Freitag sogar noch arbeiten. Okay, der weiß mehr als wir, glaube ich. War nicht Helgoland das Ziel eigentlich? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wo ich wohne. Nein, wir wollten eigentlich in die USA, um da Konkurrenz zu machen, dem Event. Dem anderen, genau. Ja. Ja. Egal. Das klären wir später auf. Also erstmal vielen Dank für euren Besuch und vielen Dank für den Impuls, hier Internetradios zu bauen oder zumindest die Idee mitzubringen, darüber zu reden. Und schön, dass das geklappt hat. Vielen Dank, Nils und Jörg. Ja, danke. Danke auch. Wir bleiben kurz in der Bastelecke. Ich habe hier auf dem Plan, dass im Säulenraum um 11 Uhr gestern Equipment-Basteln gestanden hat. Das ist jetzt so ein bisschen... Udo, warst du das? Udo? Also eigentlich muss man dazu sagen, es war mein Workshop, aber Udo hat ihn gemacht. Hat ihn gekapert? Nee, einfach gemacht. Hast du ihn beauftragt? Nein, er hat sich einfach da hingesetzt und gemacht. Du bist der Produzent und der muss es tun? Nö, er hat es Gott sei Dank übernommen, weil ich natürlich auch noch mit anderen Dingen beschäftigt war. Das kam mir sehr gelegen. Okay. Das war sehr schön. Hallo Udo. Ich bin am Ende auch noch mal reingekommen, so wie es mein Workshop gelaufen hat. War in die Runde gefragt. Okay, dann kann ich euch beide ja fragen. Wart ihr zufrieden mit mir? Deine Abwesenheit hat dem Ganzen nicht geschadet. Ja, ich meine, wenn er so... Das ist schon okay. Wie schön, dass du deine Gesichtspraube ändern kannst. Das ist irre. Also es ist noch kein Sonnenbrand, oder? Nee, ich glaube, das... Achso, hast du gerade die höher gesehen? Nein? Warum sind die denn heller geworden? Nee, das ist die Sonne, die auf die Reflektionsfläche des Scheinwerfers fällt anscheinend. Du willst mir erzählen, die Scheinwerfer werden heller geworden? Ja, die Sonne. Die Sonne strahlt auf den Scheinwerfer und das reflektiert im Scheinwerfer nochmal. Widerspreche ich jetzt oder glaube ich eben? Fake News, ja. Er ist der... Er hat ja... Also ich glaube dir das... Also sagen wir mal, ich widerspreche nicht. Ob ich das jetzt glaube, ist einmal dahingestellt. Ist okay. Also es sind eigentlich keine Scheinwerfer, sondern Spiegel. Und die werden durch ein geschicktes System, wird das Sonnenlicht eingefangen und dann auf sein Gesicht geworfen. Ja. Du sitzt... Das hast du aber schon gestern ausgerechnet, dass du da sitzen musst und der muss so stehen, damit das mit der Sonne dann auch klappt. Ja, genau. Damit ich besser geblendet werden kann, weil ich sehe gerade gar nichts mehr. Aber wir sehen dich. Ja, das ist gut. Gut. Dann lass uns über deinen Workshop reden. Lass uns über seinen Workshop reden. Hallo Udo. Udo sitzt hier. Udo hat den grünen Hörer auf. Genau. Du hast also Equipment gemastelt. Ich glaube, ich habe das gestern einfach die 6 Uhr Lötgruppe lötet um 12 Uhr genannt. Ja. Habt ihr um 12 Uhr noch gelötet. Was habt ihr da gemacht? Erzähl doch einfach mal. Wir haben das berühmte Erdungskabel von Sebastian gebaut. Genau. Und wir haben einen Adapter gebaut. Das berühmte, dass man in die Steckdose steckt? Ja, man macht aber die beiden Kontakte raus, dass da kein Strom drauf ist, sondern nur der Schutzleiter. Dann kann man, wenn man Glück hat. Also dieses Silberne Lötzünnchen. Wenn man Glück hat, ist das Brummen dann weg. Je nach Hause. Oder der Podcaster ist weg. Dann gab es noch ein zweites Kabel. Das berühmte Kabel um sein HMC. Wie heißt das? HMC 1660 X. Das Ralf Stockmann Gedächtnis-Hetsel. Genau. Wenn man das an sein iPhone oder Android-Telefon mit so einem 4-Pol Klinkenstecker anschließen will, gibt es da auch einen passenden Adapter. Den haben wir auch fünfmal oder so gebaut. Aha. Du hattest da so Lötstationen aufgebaut. Und ich hatte zumindest eine Teilnehmerin, die hat gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie gelötet. Das ist das erste Mal gelötet. Hat aber gleich gut funktioniert. Weil ich sah hinterher ein so Tartar-Gesiebild. Ja, löten ist ja jetzt nicht so schwer, aber muss man halt einmal Zeit kriegen, einmal ausprobieren und dann kann man das. Und ein bisschen üben halt. Und du hast deine Lötstation eigentlich immer dabei, oder? Ja. Also ich habe geschrieben, die Lötgruppe ist unterwegs. Da kam ich per Twitter in die Rückmeldung. Ja, wir sitzen auf dem Sofa und löten uns auch einen. Das war irgendwie anders gemeint. Das glaube ich. Hattest du denn dieses Thema angekündigt? Also das berühmte 50 Hertz Brumm mach weg Gerät? Das hatte Sebastian angekündigt. Ich hatte dann im Vorfeld schon gesagt, wenn du willst, bringe ich noch die zehn Adapter mit dich zum Kongress mit. Die waren dann aber noch nicht geliefert. Die kamen dann eine Woche schon nach dem Kongress. Deshalb habe ich gesagt, können wir dann zusammenlegen. Deshalb war ich da und Sebastian hatte dann so viel zu tun, aber es ging auch so. Wie war bei euch der Zustrom? Wir waren, warte mal, eins, zwei, drei, vier, vier oder fünf Menschen saßen da. Die blieben aber auch. Die kamen nicht und ging auch. Ja, die blieben auch. Oder sechs sogar. Also es war gut was los da am Tisch. Schön. Und du kamst dann hinterher rein, Sebastian, und hast gefragt, wie dein Workshop gewesen ist. Was hast du denn für Antworten bekommen? Doch, war gut. Nee, hat der Udo super gemacht. Danke dafür. Bitte. Ja, so in gewohnter Sauer-Manier. Ja. Ja. Wir haben ja gestern noch gewitzelt. Eigentlich sollte der Tim und der Udo, die sollten mal einen gemeinsamen Podcast machen. Der Süß-Sauer-Podcast. Das wäre so schön. Das kann er mit meinem Bruder machen, der heißt auch Tim. Dann wäre es noch lustiger. Tim. Tim, Tim, Udo? Tim. Udo, Tim? Nein, mein Bruder heißt auch Tim. Ja. Und Tim heißt ja auch Tim. Ja, aber wenn ihr zu dritt seid, dann... Nein, wenn die beiden den Podcast machen würden. Heißt doch jemand Tom vielleicht. Dafür bräuchte ich jetzt ein Blatt Papier. Wenn es eine Skizze wäre von Hilfe, genau. Von Hilfe. Okay, Udo, danke schön. Bitte schön. Sowohl, dass du eingesprungen bist sozusagen, als auch, dass du für alle Lötaktivitäten stets. Immer. Löten statt töten. Gute Zeit. Alle zusammen. Löten statt töten. Sehr gut. Dankeschön, Udo. Ach, machen wir einfach den Säulenraum weiter. Dann haben wir ein bisschen Ordnung. Ja. Du hast ja gerne... Sind wir noch im Ersten oder im Zweiten? Wir sind, also wenn wir, also dieser Säulenraum, der Tisch war ja sowieso ein U und hat eben zwei so Schenkel und ich glaube, die Lötgruppe war auf dem einen, sagen wir mal, das ist Säulenraum eins und die Lockpicker, die habe ich auf dem anderen im Wesentlichen gesehen. Wollen wir vielleicht auch noch Dritteln oder Vierteln oder... Wir könnten noch das verbindende Element, unten könnten wir noch, also das wäre quasi zwischen eins und zwei, wir können es zwölf nennen und oben war nichts. Das ist die Säulenraummatrix, können wir auch noch aufbauen. Da könnte uns der Buddler dabei helfen, der hat ja mit Matrizen hat ja so seine Erfahrungen. Sehr gut, ja, dann den Nächsten jetzt. Lockpicking, sagen wir mal Lockpicking. Wer hat Lockpicking gemacht, hat vorgeschlagen, äh, ah, da kommt der, äh, Jonas. Die haben den Säulenraum einfach vergrößert, indem sie alle Türen aufgekriegt haben. Das, der allerbeste Tweet war ja gestern, äh, der Workshop Lockpicking findet hinter verschlossenen Türen. Das ist quasi so die Einstiegsschwelle. Aber wenn man das schafft, dann muss man ja gar nicht zum Workshop, oder? Also eigentlich wäre ja der andere... Wieder rauszukommen. Escape-Room-artig, ne? Also hier sind drei Türen, alle gesichert, hier hast du ein Lockpicking-Besteck, siehst so, wie du rauskommst, ne? Nach zwei Tagen fragen wir mal, ob du noch eine Flasche Wasser brauchst oder so. Ja, die Getränke waren ja im Säulenraum, insofern waren sie ja versorgt. Ja, man hätte vielleicht einen kleineren daneben nehmen können, wo, dessen, was auch immer. Ja. Jonas, du bist zu uns gekommen. Ich habe immer das Problem mit Yilbits und, äh, was deine ganzen Twitter, äh, Nicknames sind, aber Jonas ist viel einfacher. Ja, das stimmt. Du hast uns nicht nur begrillt, du bist ja der Grill-Master sozusagen. Ja. Das war gestern total, also ich komme jetzt gerade zum Thema, aber gestern Abend, du hattest diese Grillschürze an, deinen, deinen, deinen Spezialhut auf und so eine Riesenschale voll Grillwürstchen und dann kamst du da so rein, also das war so, boah, was für ein, boah, was für ein Anblick so richtig, also da sah ich dich klasse aus, super. Dankeschön fürs Begrillen. Der Mann des Feuers. Aber du weißt nicht nur, wie man, äh, Dinge schmiedet, also Würstchenbrät sozusagen, sondern auch, wie man mit ganz feinen, äh, Werkzeugen umgeht. Lockpicking ist genau was? Für alle, die das nicht kennen? Äh, das ist, äh, Schlösser knacken. Quasi. Einfach gesagt. Einfach gesagt, Schlösser knacken. Und zwar, also Schlösser öffnen, ohne dass man den passenden Schlüssel dazu hat. Genau. Mit anderem Werkzeug. Ohne, dass man das Schloss beschädigt. Also nicht einfach im Holzschneider, äh, das vorhin schon was aufmachen, das, äh, ist schon ein bisschen anders. Geht auch auf, genau. Ähm, ich hab gesehen, da lag ganz viel Material rum, auch so zum, zum selber ausprobieren. Wie hab das, wie hab's das angefangen? Du bist der Lockpicker oder warst du Teilnehmer? Äh, ich hab, äh, den Workshop eingereicht. Ich war dann tatsächlich zumindest bei dem eigentlichen Workshop um zwölf Uhr nicht dabei, weil ich Grillboot besorgen musste. Okay, hast du jemanden geschickt, so, das ist ja, äh, ein Muster. Ja, da reicht jemand ein Workshop ein und schickt jemand anderem. Wen hast du denn geschickt? Ich glaub, meinst du, ich hab mir, äh, ein Vorbild genommen? Ja. Könnte mal, also, doch, das geht. Ja, aber, äh, ich müsste noch ein Feld einführen, wer den Workshop dann wirklich geführt hat. Nee, ich hatte, im Vorfeld hatte sich der Aristocats schon angeboten, dass er, äh, auch noch Material mitbringt. Der hat dann auch schon ein bisschen vor der Zeit angefangen, als ich noch am Podcast-Tisch war und, äh, ja, aber ich kann mal erzählen, was war, äh, vorher und nachher an anderen Tagen war, weil das war ja, das lag die ganze Zeit rum. Ja, also, ja, wir haben den Leuten das Werkzeug zur Hand gegeben, äh, die Picks und die Spanner und Schlösser in verschiedenen Größen und Formen. Durchsichtige Schlösser hab ich gesehen. Ja, genau. Was ist denn das? Soll es den Einbrechern leichter gemacht werden? Äh, das sind Übungsschlösser. Achso, die sind nur für die Training, fürs, 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 okay. Genau. Hilft das denn, wenn man das sieht? Äh, ja, vor allem, um das System, wie so ein Schloss funktioniert, erstmal, äh, zu kapieren. Also, ich, äh, hatte eine grobe Vorstellung, wie das ist, als ich das erstmal gemacht hab und mit so einem durchsichtigen Schloss sieht man halt viel genauer, wie das alles, äh, sich bewegt und worauf man achten muss. Aber fürs Öffnen selber dann wahrscheinlich nicht und ich meine, das Standardschloss ist ja auch eher nicht so durchsichtig, ne? Äh, genau. Sonst müsste man erstmal die Wand auftrennen, um das Schloss zu sehen, das man dann öffnet, aber dann ist man ja, könnte man ja auch durch das Loch, was man dann schon gemacht hat. Ja, das stimmt. So wie die partidische, äh, das partidische Stadttor sozusagen. Ja, es ist, bringt mehr was, um einfach mal einen Eindruck zu gewinnen, wie, um die Funktionsweise zu verstehen und, ja, nachher das, äh, üben besser mit richtigen Schlössern das Richtige aufmachen, wenn man das denn tun will. Ich hab gesehen, da gab's so eine blaue Geldkassette mit einem sehr martialischen, äh, mit, wie heißt der, Kette drumherum und da war irgendwas drin, was alle unbedingt, äh, haben wollten und knacken wollten und man hat da viel rumprobiert. Und angeblich war's das komplizierteste und schwierigste Schloss und der Johannes, da sitzt er, der hat das gleich im ersten, äh, im gleichen Ausprobieren aufgekriegt, ne? Nick, einfach, wir haben jetzt kein Mikro für dich, war das so? Hat ein bisschen gedauert, okay. Wir haben ein Mikro? Ja, aber... Aber zu spät. Nö. Achso, dann machen wir's, ja. Michael. Hallo. Ah! Oh, es geht schon wieder los. Entschuldigung. Ach, wir sind wach. Ja. Ja, dann erzähl doch mal eben diese, äh, diese, deine Erfahrung mit Lockwinkel. Du hast zum ersten Mal Lock gepickt. Ja, das stimmt. Ich, das erste Mal, äh, versucht, die Schlösser zu knacken. Ich weiß noch, äh, direkt am Donnerstag haben wir schon angefangen, die ersten Schlösser zu knacken oder, das Material lag da halt schon und dann direkt am ersten Helfertag haben wir schon angefangen, äh, das mal zu üben und so weiter und so, sich damit auszuprobieren. Und ich weiß nicht, ich hab gestern noch bis zwei Uhr nachts, äh, sicherlich drei Stunden lang noch, äh... Aber du hattest doch schon alle durch, oder nicht? Ja, am Ende waren alle auf und wir haben, äh, mit Daniel zusammen alle aufbekommen. Passt alle. Daniel schüttelt den Kopf, bist du keiner schuldbewusst? Warte, nimm das Mikro, dann kannst du auch was dazu sagen. Ich wollte mit dem Kopfschütteln nur verdeutlichen, dass, also ich nicht alle aufbekommen habe. Also ich glaube, insgesamt wurden alle mal geöffnet, aber jeder hat irgendwie sich so an unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden verlustiert. War aber sehr interessant, also ist spannend. Mache ich, glaube ich, weiter. Ich habe also den Eindruck, als wenn Lockpicking, ähm, so, so einen Nerv von Podcasterinnen und Podcastern trifft. Ich weiß nicht genau warum, wieso, hast du da eine Erklärung dafür, Jonas? Äh, nee, ich hab nur mitbekommen, dass es letztes Jahr wohl auch Lockpicks hier gab. Und hab mir dann daraufhin mal so ein Set gekauft und ausprobiert und dachte mir, ach, das könnte man ja auch als Workshop anbieten. Und hab dann noch ein bisschen mehr Material gekauft, um, ja, das hier zugänglich zu machen. Und insgesamt mit der Resonanz, bist du zufrieden? Äh, ja schon. Also es gibt einige, die Spaß daran gefunden haben. Einige, die mir dann auch mein überzähliges Zeug, was ich nicht brauche, abnehmen. Aha. Dein Anfängerset, was du langs hinter dir gelassen hast, oder was? Ja, ich hab nur Anfängersets. Ach so. Aber halt, äh, mehr als eins brauche ich nicht. Warte mal, gestern lag hier noch ein Hammer, das wäre so mein Anfängerset. Ja, okay, wunderbar. Also insgesamt etwas, was du auch beim nächsten Mal wieder so machen würdest vielleicht sogar? Äh, ich denke schon. Also auf jeden Fall bereitlegen und, ja, es braucht eigentlich nur eine kleine Einführung, wie das System an sich funktioniert. Und dann, äh, probieren und sich einfach selbst aus. Kann man sich denn eigentlich beim Lockpicken unterhalten oder muss man sich so ganz einlassen und konzentrieren? Oder kann man das so nebenbei wie häkeln und stricken vielleicht? Ich glaube, das kommt ganz auf das Individuum an. Also ich kann mich damit dabei einigermaßen unterhalten. Äh, also manchmal, wenn ich denke, ich denke, okay, jetzt, das musst du irgendwie hinbekommen, dann, äh, brauche ich die Konzentration dafür. Okay. Also, äh, ist Schloss- und typabhängig. Mhm. Also die Standardschlösser, die einfache Maschen machst du so, aber wenn es dann so ein bisschen mit Zunehmen und Abnehmen beim Stricken, würde ich sagen. Ja. Ach, ich habe schon wieder tausend Sachen im Kopf. Dankeschön, Jonas. Äh, ich hätte noch eine Anmerkung, beziehungsweise eine Anmerkung aus der Schattenredaktion für wissenschaftliche Korrektheit. Äh, ihr schnackt keine Schlösser, ihr öffnet sie nur, weil sie sind ja danach nicht kaputt. Gut. Ja. Das nächste Mal bitte beim Einweichen dann richtig machen. Dankeschön. Das war der Andi, der übrigens hier vom VOG-Team, oder hat uns, ist er vom VOG-Team oder hat er nur das VOG-Team ausgeraubt? Ja. Also, ähm, ich wollte da gerade sagen, wir haben ein Funk-Mikrofon, was hier so locker durch die Reihen geht und das, äh, wollte ich noch eben sagen, das verdanken wir unter anderem dem Andi, der das nämlich mitgebracht hat. Ja. Dafür noch einen Applaus nochmal. Würde ich auch sagen. Applaus. Und mit dem gleichen Applaus verabschieden wir den Jonas von der Bühne und sagen Dankeschön nochmal dafür. Für den Audio-Team müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären, wir haben eben ein bisschen gelacht, ähm, ich werde ein GIF aus der Aufnahme machen, wie Martin den Kontakt mit der Natur gesucht hat. Ich hab mir die Uhrzeit in Zeitstimme gemerkt. Was? Ja. Oh Gott. Ich schau mal, wie das in Ordnung war. Es war nicht die Portnisse, ich hab genau hingeschaut. Ja, es war ein sehr kleines. Also, es hat mir trotzdem Angst gemacht. Das hab ich gesehen. Mit der Größe hat das nicht so viel zu tun. Okay. Bleiben wir jetzt komplett im Säulenraum und bei den Handarbeiten, falls man das so sagen darf. Tangle On hieß einer unserer Workshops. Ähm, da geht es glaube ich um Malen, Zeichnen, ich weiß gar nicht. Judith, super, Judith kommt und erklärt uns jetzt mal, was Tangle ist. Bitte nimm hier Platz und nimm dir so ein Kopf, Geschirr, so, das Grüne, das habt ihr längst im, ach, das hat die Technik längst im Blick. Genau. So, Tangle On, Ausrufezeichen. Entspannen mit dem Stift. Ja, zeichnen. Ich hab jetzt gerade so irgendwie an Tobi gestern Abend gedacht, aber nein, ähm, das ist ganz was anderes. Ja. Sorry. Nimm dieses Bild aus meinem Kopf. Bitte. Also, Tobi und Jörn haben hier irgendwie komplett neu in Maßstäbe gesetzt, was, ähm, also Tim hat's ja auch gesagt, also er dachte immer, die Geschichtenkapsel hätte, die absurdesten Geschichten auf Lager, ähm, das hat es nochmal, äh, getoppt. Aber jetzt zurück, also, wir haben ein Blatt Papier und wir haben einen Stift. Ich möchte jetzt entspannen, Judith, was muss ich tun? Okay, du nimmst dieses Blatt, das ist normalerweise quadratisch, du malst vier Punkte in die Ecken. In die Quadrate, also ja, ein Quadrat hat vier Ecken und da kommen jetzt Punkte, in allen vier Ecken sollen Punkte drinstecken. Du stecken, ja. Du verbindest die Punkte. Das ist ein Schwierigkeitsniveau, wo ich noch locker mitkomme, ja. Das ist schön, das freut mich. Okay, jetzt. Das hab ich früher auch gemacht, da kamen Giraffen und Katzen dabei raus, hab ich da mal so Zahlen dran geschrieben. Ich bring mich zu genauer, Entschuldigung. Nachdem du noch gut mitkommst, nächste Schwierigkeitsstufe, wir haben mal einen Strich. So, zum Beispiel. Und so. Frei? Einfach frei. So wie ich das will? So wie du das willst. Okay. Geht ja darum, dass du dich entspannst und nicht ich. Das sind mehr so bö. Ich sehe eine, ich verstehe, ich ahne, worauf ich es in der Hand habe. Gut, also, du entspannst dich gerade mit meinem Stift, okay? Nein. Martin. Was? Wie seid ihr denn eigentlich drauf? Ich hab nichts Schlimmes gesagt, ne? Das ist wirklich. Ja. Also, wir haben bisher zwei gebogene Linien in einem Quadrat, was vorher aus vier Punkten bestanden hat, die dann zusammen verbunden wurden. So, da sind wir jetzt. Okay. Und wir sind, genau. Ja. FSK, äh, zwölf, acht, ohne Null. So, weiter mit dem Text. Okay. Und jetzt hast du hier diese, Entschuldigung. Hast du diese Felder? Mhm. So interessant ist es jetzt noch nicht. Mir ist aber gerade, obwohl ich auf der anderen Seite der Sonne sitze und nicht diese, diese komische Geschichte von wegen hier, mich kommt da das Sonnenlicht überspiegel und so weiter, die ich ja bis jetzt noch nicht glaube. Aber egal. Ich kann sie nicht, mir ist trotzdem gerade warm geworden. Das muss deine... Wir können ja gerne mal tauschen. Nein, ich bleib jetzt neben Judith sitzen. Möchtest du auch was mit seinem Stift machen? Moment. Und am Ende schickt er den Udo wieder. Das geht... Nein, 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 nein. Ich bin sprachlos. Ich sag lieber nichts, dass keine Schlimmere. Das ist eine heitere Sontophon mit der Beinehme. Mach sie auch nicht kaputt. Ich hab mir ja sagen lassen, dass Kinder diese Doppeldeutigkeiten gar nicht verstehen. Also braucht man gar keinen FSK. Alles klar. Judith, entspann uns bitte. Gut. Entspann. Okay. So, wir waren jetzt bei den Vierecken mit den zwei Strichen, Bögen, Linien, wie auch immer, die ich selber gemacht habe. Die, die du gemacht hast, genau. Und dann malst du diese entstandenen Felder mit Mustern aus. Zum Beispiel, keine Ahnung, hier so. Kringel. Aha. Und dieses sich immer wiederholende Muster, diese, also einfach diese Repetition, sorgt, wenn du es eine Weile dafür machst, eigentlich zumindest bei mir, für Entspannung. Genau. Das mache ich manchmal, wenn die Teammeetings auf der Arbeit so ganz furchtbar sind. Ja, genau. Oder am Telefon, dass man irgendwelche Zettel vollkritzelt und im Prinzip ist das mehr oder weniger. Ich mache das in meinem Sendegarten. Ja. Ach. Das erklärt einiges. Ja, das erklärt einiges. Nicht alles, aber einiges. Ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich habe mal vor Jahren, die Studie müsste man mal raussuchen, ich habe eine Studie in die Finger bekommen, dass Menschen, die während Besprechungen so vor sich hinkritzeln, die besseren Liebhaber wären. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, das müsste man echt nochmal raussuchen. Mit deinem Stift? Ja. Nee, also, hat wohl was mit Fantasie zu tun, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall doch. Da können wir ja auch mal die Sextapes nachfragen, die könnten das ja mal aufklären. So, du machst also in das erste Feld lauter kleine Luftballons und in das Blätter, Blüten oder was auch immer. Ja, was dir gerade einfällt. Warum heißt das Tengel? Das klingt so nach Tengelmann, nach Drogerie oder Supermarkt, aber das hat damit nichts zu tun. Diese Technik, die wurde von zwei Amerikanern erfunden und wie das oft so ist, ist das ein markenrechtlich geschützter Begriff. Von Frau Tengel und Herrn Onn? So ähnlich. Okay. Und das ist eben eine Abwandlung dieses Begriffs und das heißt Gewirr in dem Zusammenhang. Ach, ja, ein Gewirr. Ein Gewirr, genau. Dann, ja, füllst du diese Felder so nach und nach mit verschiedenen Mustern, so wie du halt gerade lustig bist. So wie du es auch auf deinem Notizzettel in der Besprechung machen würdest, überlegst dir da irgendwelche Dinge oder hast auch Musterbücher. Und dass ich jetzt in so ein Quadrat anfange, das ist eine Hilfestellung. Ich kann ja auch einfach so anfangen. Du kannst auch einfach, das wäre dann ein Doodle. Also wenn du einfach irgendwo mit so einem Muster anfangen würdest und jetzt mal hier lauter Ads, das muss irgendwie, ja. Das heißt dann anders? Das heißt dann dudeln. Wenn du die Elemente nur ohne diese Linien so aneinander fügst. Wollen wir das mal in die Kamera halten? Das ist, genau. Also da gibt es noch gerade gar nichts zu sehen. Ja, aber wir machen die ganze Zeit was und das draußen. Wir haben es aber akustisch erklärt. Wir haben es akustisch erklärt. Das ist auch eine Hilfestellung für die Videobegleitung. Aber nur einmal kurz. So, jetzt aber mal zurück. Ich habe jetzt ungefähr verstanden. Ich habe sogar den Unterschied zwischen Doodeln und Tängeln verstanden. Wie war denn die Rückmeldung hier auf dem Putzock dazu? Da sollen die Teilnehmenden doch sich dazu äußern, oder? Erst einmal hast du alleine da gesessen? Nein, es waren schon Teilnehmer da. Also der Tim war zum Beispiel da, genau. Magst du was erzählen? Der Reif war da. Schaut jetzt ein bisschen. Bühnentechnik, einmal ein Mikro bitte. Ich habe dich nicht verstanden. Ich habe was auf den Ohren. Ich könnte natürlich mal so machen. Ich war nur ein Teil des Kurses dabei. Okay. Ich war nur ein Teil des Kurses dabei. Ja, aber du sitzt hier gerade so zentral, habe ich dich als erstes gesehen. Mir hat es gut gefallen. Also ich doodle eigentlich doch recht oft. Und wenn man da so Leitplanken hat, dann entsteht mal was Neues. Und war schön auszuprobieren. Ich habe aber gemerkt, meine Hand verkrampft sich dann mit der Zeit auch ein bisschen. Ich habe da zu wenig Übung, aber hat mir Spaß gemacht. Schön. Danke. Wobei bei Doodle denke ich ja eigentlich immer an diesen Terminenfinder. Ein Schweizer Produkt? Eben, eben, eben. Genau, das passt ja gerade zu dir ausgesprochen. Super. Also. Noch jemand, der getängelt hat und der das vielleicht so als neue Technik kennengelernt hat, der hier anwesend ist? Nö. Wir haben schon alle die Flucht ergriffen. Ja, wir sind ja nicht mehr ganz vollzählig. Die mit den allerweitesten Anreisen oder mit den allernassesten Zelten, die sind ja schon wieder weg. Wie würdest du das Fazit dieses Workshops ziehen? Oder was heißt, wie würdest du? Das haben wir ja bei, was denkst du, den Podcast gelernt? Wir wollen diese, was ziehst du für ein Fazit? Ich ziehe für mich ein positives Fazit. Ich finde es schön, das weiterzugeben und zu zeigen. Also gerade, weil es mir auch gut tut, habe ich mir gedacht, ich zeige das mal. Vielleicht tut es auch anderen Menschen gut. Haben wir es davon. Also genauso wie jetzt vom ganzen Podstock. Hat auch gut getan. Ja, du bist zum ersten Mal da. Ja, ich bin zum ersten Mal da. Also nachdem letztes Jahr quasi meine Twitter-Timeline übergequollen ist, alle dieses Podstock gefeiert haben und man anschließend keinen Podcast hat hören können, ohne dass irgendjemand gesagt hat, Herr Podstock. Das Mekka, da muss man gewesen sein oder man ist nicht da oder so. Ja, man muss da gewesen sein, sonst ist man nicht da gewesen. Dem könnte ich mich nur nahtlos anschließen. Und was nimmst du jetzt so für ein Gefühl mit nach Hause? Um Gottes Willen, warum war ich denn überhaupt da? Die haben letztes Jahr alle geflunkert. Oder sollte es 2018 eine Fortsetzung geben, überlege ich mir ernsthaft, wieder da hinzufahren? Werde ich da gewesen sein? 2018, ja. Du bist schon sicher, dass du da hinfährst? Okay. Das war ein Wort. Gut, dann können wir ja sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Richtig, auf Wiedersehen. Das war die Judith und sie hat Tangle On gemacht. Dann bleiben wir gleich mal in diesen Outdoor-Aktivitäten, die dann indoor stattgefunden haben. Dazu gehört auch der Siebdruck und wir haben ja gerade schon die Stimme vom Tim Süß gehört. Der hat, obwohl er einen weiten Weg gehabt hat, ziemlich viel Material herangeschleppt und vor allen Dingen Material, was auch so klebrig und zäh und schwer zu transportieren ist. Er nimmt das blaue Headset, du kannst auch das grüne nehmen. Ich glaube, die Judith hat das nicht kaputt gemacht. Nimm doch das von Judith. Das ist noch getangelt, gechannelt, wie auch immer. Bist du zu hören? Ja, ich bin zu hören. Tim, hallo Tim aus der Schweiz. Ja, ich war Team TT, Tim und der Tisch, weil ich habe einen Tisch mitgenommen. Einen Siebdrucktisch. Den Gag kenne ich eigentlich nur mit, haben sie ein Bad genommen? Wieso fehlt eins? Ich habe einen Tisch mitgenommen. Das könnte bei der Abnahme hier ein Problem machen. Also du hast einen Siebdrucktisch mitgebracht. Von zu Hause. Ja, das muss ein Helvetismus sein wahrscheinlich. Ja, ich habe einen Tisch mitgebracht. Moment, was sind Helvetismen? Was ist ein Helvetismus? Das ist ein Ausdruck, der im Hochdeutschen aus der Schweiz kommt. Lara, hilf mir. Ein Ausdruck, der im Hochdeutschen aus der Schweiz kommt. Schoggi oder was? Ja, unten ist es rot unten? Ja, okay. Ich höre dich. Ja, ich habe es gemerkt. Es ist ein Ausdruck, der die Deutschen normalerweise nicht verstehen, weil er nur innerhalb der Schweiz ergibt. Dass ich einen Tisch mit... Also worüber reden wir jetzt? Ich bin total verwirrt. Oder hast du noch den Faden? Ich habe keinen Faden. Nein. Lass uns über das Siebdruck sprechen. Nein, nein, ich will erst noch, das muss ich jetzt bitte klären. Ihr habt ja auch so schöne Schweizer Quizzes gemacht. Also beispielsweise, wenn ich sage, ich habe eine Serie geschaut, dann ist das ein Schweizer Ausdruck, ein Helvetismus und nicht eine Serie. Ah, sagst du denn eigentlich auch Sibirien oder sagst du Sibirien? Das wollte ich dich immer mal fragen. Das ist eine interessante Frage. Ja, das habe ich mich schon... Ich sage Sibirien. Aber Sibirien? Ja. Okay. Ja, es muss ja keine Erklärung geben. Es ist doch der... Es ist so, fertig. Genau. Ah, ah, ah. Ich hätte dir Hörgeräte rausnehmen sollen, ich weiß es. Die sind nämlich noch da drunter, wenn du das verstehst. Verstärkung? Verstärkung, Verstärkung. Ach, ich hätte ja, ich könnte ja hier auch. Na, egal. Lass uns über Siebdruck sprechen. Genau, dein Hobby neben dem Podcasting ist unter anderem Siebdrucken. Weil du gehst auch gerne arbeiten, du tangelst auch gerne auf der Arbeit oder du dudelst auf der Arbeit, wie wir gerade gehört haben. Was ist für dich Siebdrucken? Warum machst du das überhaupt? Also Siebdruck ist für mich ein Hobby, das ich mit den Händen machen kann, wenn ich sonst sehr viel digital arbeite. Ja. Und ich habe das vor eineinhalb, zwei Jahren entdeckt, war in einem Kurs. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich in einem kleinen Raum, den wir bei uns zu Hause haben, ein kleines Siebdruckstudio aufgebaut habe. Und für mich selbst oder für meinen Sohn oder für Freunde Dinge drucke. Darf ich mal ganz, ist das von dir? Das ist von mir. Er hat ein T-Shirt an, da ist also das Symbol einer Axt. Entschuldigung. Also wir sehen quasi so einen Hackklotz und da steckt eine Axt drin, mit einfachen Strichen gemacht, also ist jetzt nicht so ausgemalt, aber mit einfachen Strichen gemacht. Und um dieses Symbol herum so strahlendförmige Striche, also es sieht so ein bisschen wie so eine Explosion aus. Zumindest, da ist ein Kraftakt irgendwie so in dem Moment so, oh, da passiert irgendwas. Ja, das ist das Holzfäller-Symbol. Ja. Okay, ich hätte natürlich auch mal eine Hirnwindung weiterdenken können, das habe ich natürlich jetzt nicht verstanden, genau. Weil du machst den Podcast auf dem Holzweg und deswegen ist Holz bei dir sowieso ein Thema und man nennt dich dann auch im Kurzform Holzfäller-Team. Das kommt aus dem Raucherbalkon, der ist kleben geblieben. Also ich habe mich nie Holzfäller genannt, aber... Aber das blieb dann... Das macht auch irgendwie nicht wirklich Sinn, weil ich habe eigentlich, ich hacke selten Holzfäller, wenn ich auf dem Holzweg bin. Ja. Wenn nicht so gut. Aber ein Holzweg ist natürlich ein Weg, der eingerichtet wurde, damit die Hirnichhölzer, damit die Arbeiter das Holz abtransportieren können. Also insofern ist das mit dem Holzhacken und dem Holzweg, das liegt schon nah. Das stimmt. Okay, so, also du bist Siebdrucker, du machst es selber, du machst dir deine eigenen T-Shirts damit und dann hast du irgendwann gedacht, also packe ich doch mal herum, ob das andere auch interessiert. Genau. Wie ist die Entwicklung dahin? Ja, also ich, das war eigentlich recht kurz nach dem letzten Podstock. Da habe ich eigentlich schon auf dem Podstock gesagt, das wäre doch jetzt ein cooler Ort, um eigentlich Siebdruck als Kurs anzubieten. Auch weil du das letzte Mal die Aufforderung gemacht hast, es muss ja nicht nur mit Podcasting zu tun haben. Echt, habe ich das gesagt? Ja. Ich bin unvorsichtig von mir. Und ich glaube, da lässt sich auch eine Entwicklung feststellen, weil hier waren ja sehr viele Workshops, die nicht direkt was mit Podcasting zu tun hatten. Und ja, da ist es so über die Zeit gewachsen, habe das mit mir getragen, habe dann mal den Sebastian angefragt. Ist das überhaupt möglich? Wir hatten eine lange Checkliste, was alles vorhanden sein müsste. Achso, jetzt habe ich, war ich gerade kurz unaufmerksam, hatte jetzt eigentlich ja soweit geklappt. Bitte? Er hat getangelt. Er hat getangelt, ja. Es war alles sogar besser, als ich es mir vorgestellt hatte, weil ich eigentlich dachte, wir wären irgendwo draußen und ich müsste mich irgendwie darum kümmern, wo wir das Zeug aufhängen können, dass es nicht nachts wird. Wir waren ja hier in der Holzwerkstatt. In der Holzwerkstatt. Römisch 3 Alpha waren wir. Oh ja. Und ich hatte einmal zwischendurch reingeguckt. Ich liebe es. Es war sehr schön, ich habe nur Menschen mit Mülltüten über den Körper gesehen, Oberkörper gesehen. Oder mit so Ganzkörperanzügen. Das ist die Körpervariante. Johannes war ja geküsst. Ich musste fragen, warum du keinen Helm trägst. Also das Helm und Schutzbrille hätte dir wirklich noch gefehlt. Das ist die Körpervariante des Aluhuts. Ja. Also wie schwierig ist denn diese Farben eigentlich wieder rauszukriegen? Es ist wasserlöslich. Also wenn sie auf die Kleider kommt, dann ist es passiert. Weil das ist dazu da, um auf Textilien zu drücken. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine doofe Art, wenn ich mir jetzt ein tolles T-Shirt gemacht habe, steckst du in die Waschmaschine und dann... Genau. Ist es weg? Ja. Man muss es fixieren. Also es gibt verschiedene... Ja, man macht... Man bringt das auf. Man trägt das auf mit diesem Durchdruckverfahren, im Siebdruck. Und dann ist es nass. Man föhnt es ab oder man lässt es trocknen. Und dann geht man nochmal mit dem Bügeleisen drüber. Gewisse Leute machen es auch in den Backofen oder so. Aha. Hitze. Ja, genau. Hitze fixiert. Genau. Es gibt auch noch andere Farben, die müssen über UV oder höhere Hitze oder so fixiert werden. Also das, was du jetzt hast, ist wahrscheinlich bloß die Sohlfarbe. Das ist nicht so eine Biofarbe. Nee, das ist so eine Folie, die ist, glaube ich, aufgeht. Ach ja, das ist ein Folienfarbe. Okay, ja, genau. Also das geht auch an den Ecken schon so ein bisschen. Also da ist, glaube ich, das Siebdruck sogar verfahren. Ja, Siebdruck ist so das gängige T-Shirt-Druckverfahren. Etwas solider wahrscheinlich. Oder langanhaltender. Ja, und da waren wir halt zu 17 oder so irgendwie so um die 20. Die Hütte war voll. War voll. War voll. Genau, hatten auch ein paar Zuschauer. Hier draußen auf der Bühne war es relativ leer. Ich dachte, wo sind die denn alle? Wo sind die denn alle? Dann bin ich da mal reingegangen und dann wusste ich, wo sie alle sind. Genau, und ich hatte ja zwei Stunden, weil ich Angst hatte, dass ich hier nicht durchkomme. Aber wir waren nach einer Stunde schon durch. Also ich hätte einen wesentlich längeren Theorie-Teil machen können. Hätte euch Theorie interessiert? Sagen Sie jetzt. Schüttelnde Köpfe, die Ja sagen. Ich bin mir da nicht sicher, wie die Aussage genau ist, ehrlich gesagt. Nee, und ich kann ja mal zeigen, was dabei rausgekommen ist. Oh ja, oh ja. Ah ja, meins hängt da auch noch irgendwo an. Deins hängt da auch noch irgendwo an. Also wir haben zwei Motive. Das war das Erste. Das sind die vielen Vögel. Ja. Erklär es doch selber, was rege ich denn die ganze Zeit. Ja, genau. Also es ist eine, der Vogel aus dem Podstock-Logo in vielfacher Ausführung, der über die Felder fliegt oder so. In unterschiedlichen Größen. Genau, in unterschiedlichen Größen. Und dann haben wir, das andere ist das Podstock-Logo an sich. Mikrofon mit dem Vogel oben drauf. Wir hatten noch eine Variante, wo er über einen Wald von Mikrofonen fliegt, aber den haben wir dann rausgeworfen. Das war zu komplex. Ja, du hattest ja aufgrund der notwendigen Ausrüstung, hast du ja gesagt, ich reduziere das auf zwei Motive, auf zwei dieser Rahmen, die du da vorbereitet hast. Genau, nur zwei Farben. Ich möchte dir an dieser Stelle auch gerne ein solches Exemplar übergeben. Der Sebastian hat schon seins. Und auch für alle anderen, die in der Orga waren und sich nicht selbst schon eins gedruckt haben, um mich für die Organisation zu bedanken. Willst du mir was? Ja, ich will dir was schenken. Welches möchtest du denn gerne? Schwarz oder grün. Schwarz oder grün und viele Vögel oder nur ein Vögel? Also ich finde dieses Grüne gerade, was du gerade in der Hand hast, finde ich auch... Bitteschön. Oh, das ist aber nett. Da sage ich aber ganz herzlichen Dank. Ich weiß, ihr mag das, ihr möchtet es nicht, ihr Schweizer. Nein, wir sind immer nur so verwirrt, ob es jetzt irgendwie drei Küsschen oder Handschlag oder so ist. Nö, wir machen das Mittelmittel. Guckt mal, was ich habe. Guckt mal, was ich habe. Und die anderen in der Orga, die nicht dabei waren, kommt gerne vorbei. Und die restlichen, die übrig bleiben, werde ich hier noch aufhängen und bedient euch. Das ist das Orangensalz dieser Saison. Ja, stimmt. Letztes Jahr hatten wir... Nimm dann mal noch so ein paar Andenken mit hier. Winke Katze. Ganz herzlichen Dank, Tim. Also sowohl fürs Machen als auch fürs Verschenken. Und würdest du denn in 2018 das wieder mitbringen auf dem weiten Weg oder war es dann doch etwas zu viel Umstand? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich denselben Workshop nochmal anbeten würde. Spaß machen würde es mir schon, aber ich glaube, ich möchte auch mal was anderes ausprobieren. Vielleicht doch mal was zu einem Podcasting-Thema wieder zu machen, zum Beispiel Schnit oder Sounddesign oder so, weil das wäre die Alternative gewesen. Sonst ist man so festgelegt auch auf eine Sache. Ja, also ich finde halt, der Johannes, also ohne Kuh hat mal gesagt, an einem Barcamp nur ein Thema mitbringen, weil sonst machst du nichts mehr anderes und das ist eine sehr gute Regel. Ja, das merken wir uns. Auf einem Barcamp immer nur ein Thema mitbringen. Johannes, sehr gut. Alles klar. Dankeschön, Tim. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke euch. Und dann machen wir einfach den letzten Outdoor, das, was ich zumindest auf meiner Liste Outdoor stehen habe, was nicht Outdoor war, was aber nicht im Säulenraum stattgefunden hat. Und zwar ist das der Teleskop-Workshop oder die Trockenübungen, die astronomische Trockenübungen vom Lars, die gestern Abend stattgefunden hat. Ich war selber dabei, zumindest körperlich. Ich habe einen Tweet gelesen. Da ist mir was passiert. Das lag aber nicht am Inhalt. Das lag einfach daran, dass ich in der Nacht davor dreieinhalb Stunden geschlafen hatte. Das ist für Menschen meines Alters irgendwie nicht mehr. Also die senile Bettflucht hat noch nicht eingesetzt. Ich bin da in so einem blöden Zwischenzustand. Lieber Lars, du bist zu uns gekommen. Ja. Astronomische Trockenübung. War es denn trocken oder war es nass? Oder hat es eine Trockenübung gegeben, weil es nass war? Äh... Genau deswegen. Danke. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja. Ja, das Wetter war also nicht so, wie wir es jetzt gerade so erleben. Es war ausgesprochen nass. Wir hatten sehr viele Wolken, wenn es nicht geregnet hat. Sterne haben wir ja quasi kaum gesehen das ganze Wochenende. Und ich hatte dann so, ja, als kleine Ausweichmöglichkeit eben vorbereitet, so ein paar Bilder zusammengestellt und dass ich irgendwas erzählen kann. Aber das ist eben dann für abends 10 Uhr doch ein bisschen trocken und hat dann eben so beim Festival auch eine gewisse Nebenwirkung. Du hast aber nicht nur was zusammengestellt, also quasi bildlich, sondern du hast auch Material mitgebracht, was der Johannes, du und ich gemeinsam am Abend in das Auto getragen haben. Also du hast ordentlich Equipment herangeschleppt. Ja, das war eben das Stativ, die Montierung, Teleskop obendrauf und das Zubehör, was dazu gehört, weil wir wollten ja eigentlich halt wirklich gucken. Das heißt, da konnte man auf keine dieser Komponenten irgendwie verzichten. Naja, und wenn man dann halt sich schon irgendwo über dieses Thema unterhält, Amateurastronomie, dann sollte es da zumindest dann mal aufgebaut zu sehen sein. Dann haben wir es dann da nochmal eben nach oben geschleppt und haben dann auch ein bisschen darüber gequatscht. Anders als Tim, den ich gerade gefragt habe, ob er nächstes Jahr das gleiche Thema eventuell nochmal macht, hast du ja tatsächlich Erfahrungen vom letzten Jahr mitgebracht. Also letztes Jahr gab es ja den Blick an den Himmel. Ja. Mehr oder weniger spontan, glaube ich. Du hattest ein kleineres Equipment dabei und hast es dann für dieses Mal die Idee aufgegriffen, noch weiter verfeinert und hast dich gut vorbereitet, dass wir was Tolles hätten erleben können, wenn das Wetter mitgespielt hätte. Ja, also es gab eine kleine technische Aufrüstung insofern, dass also die Erde sich ja die ganze Zeit weiterdreht und wenn wir uns dann unterhalten und wir schauen uns zum Beispiel den Saturn an, dann wandert der scheinbar halt raus und dann guckt der Nächste, der Nächste, der Nächste und plötzlich ist er eben weg. Also habe ich überlegt, dass ich dann dieses Jahr ein Teleskop dabei habe, was die Erddrehung ein bisschen ausgleicht, dass da also Motoren dran sind, also ein Motor ist nötig und der dreht das Teleskop ein bisschen in die Gegenrichtung und dann bleibt das Objekt, das man sich ansehen möchte, so einigermaßen in der Mitte, je nachdem wie präzise man das trifft. Und ansonsten wäre es eigentlich die Idee gewesen wie letztes Jahr, nur das hat dann eben nicht geklappt und drum war dann heute so ein bisschen, also gestern Abend so ein bisschen Provisorium, aber für dieses Provisorium war es zu spät, das muss man eindeutig sagen. Wir waren alle groggy und nach Puerto Partida war hier dann auch ein bisschen eher Feiern und Quatschen angesagt. Da will man vielleicht auch nicht mehr in den Workshopraum abends um 10. Aber es waren fünf Leute da, oder? Waren wir sechs oder fünf? Fünf. Halb mitgesagt. Also vier und zwei halbe oder irgendwie sowas. Und da war aber doch, glaube ich, also diejenigen, die mit dir diskutiert haben, das war sehr gehaltvoll. Ich hoffe, das gefallen hat. Kam mir jedenfalls so vor. Also ich sehe doch da Daumen nach oben. Das kam, das war nichts. Und was Sebastian gerade sagte, dass er Podstock schon Wochen vorher immer im Kopf hatte und sich vorbereitet hat, diese Geschichte, diesen Motor da an deinem Teleskop zu bauen, das ist eine Podstock-Spezialgeschichte gewesen. Die hast du dir in den Kopf gesetzt, weil Podstock eben das anbieten wollte. Genau, wegen der Erfahrungen vom letzten Mal. Also das große Teleskop, was ich zu Hause habe, das hat Motoren. Das ist allerdings, dann müsste ich wirklich, dann hätte ich also zum Beispiel den Dennis nicht mehr mitnehmen können, dann wäre ihm das Auto voll gewesen, wenn ich diese Dinger auch noch mitgenommen hätte. Aber es gab jetzt die Möglichkeit, also die Montierung, die ich dieses Mal dabei habe, relativ preiswert mit einem sehr, sehr alten Kit noch zu motorisieren. Das hat auch hingehauen. Und das ist ja deswegen auch nicht weg. Das ist kein Einwegteleskop, sondern das steht dann beim nächsten Mal zur Verfügung, wenn es da noch Interesse gibt, ob ich es nochmal mitnehme, dass wir einen neuen Versuch machen oder nächstes Mal was anderes. Keine Ahnung, mal schauen. Du hast uns letztes Jahr so überrascht, indem du gewisse Erscheinungen vorhergesagt hast. Und an diesem Wochenende wären auch wieder solche Erscheinungen gewesen, so Sternenschnuppen, Haufen oder sowas. Ja, jein. Also wir haben terminmäßig dieses Jahr genau das Perseiden-Maximum getroffen. Also wir hätten eine ganze Menge Sternenschnuppen sehen können. Das mit dieser Vorhersage, die war auch nicht von mir, sondern von klugen Leuten, die Webseiten dafür gemacht haben. Ich habe nur abgelesen. Das waren also Vorberechnungen für Iridium-Flares. Das sind also so Reflektionen an den Solar-Panels von Satelliten. Und die kann man also sehr genau vorhersagen. Und dann weiß man auch, in welche Richtung man die sieht. Und dann taucht am Himmel plötzlich so eine Lampe auf. Und die geht nach ein paar Sekunden auch wieder aus. Und das ist immer so ein bisschen interessant, wenn da plötzlich was erscheint. Und wenn man es vorher nicht wusste, ist das noch cooler. Okay. Noch eine Änderung zum letzten Jahr. Du bist jetzt auch ins Team Hotel umgestiegen. Ich habe sie sozusagen ins Team Hotel bekommen. Wie ist der Unterschied zwischen Hotelunterübernachtung oder hier direkt vor Ort übernachten? Denn es gibt ja auch Menschen, die immer mal wieder überlegen. Ich würde da gerne hinfahren, aber so im Zelt schlafen oder so mit so Jugendherbergs-Dingens. Das ist nicht so meins. Ich bin der falsche Ansprechpartner. Ich war letztes Jahr Team Airbnb. Oh verdammt. Du warst nicht in dem Hotel, du warst in einem anderen. Ich hatte mir ein kleines Zimmer geschnappt. In Raunen. So 10 Kilometer die Richtung. Und dieses Jahr war in dem Hotel noch ein Zimmer frei. Und wie warst du in dem Hotel? Beschauung. Ich versuche jetzt meine verkorkste Anmoderation zu retten. Nennen wir es beschaulich. Du warst im gleichen Hotel. Passt dieses Attribut? Ja, gut bürgerlich, beschaulich. Es ist sehr schön, wenn man in aller Ruhe zu zweit ablästern kann. Ha ha ha. So morgens beim Frühstück. Nein, haben wir gar nicht. Wir haben einfach so ein bisschen überlegt, na, was hast du gestern erlebt? Wie ist der Ergang und so weiter? Man quatscht ja drüber. Man quatscht ja drüber. Und das ist nicht ganz so laut. So vielfältig, so stimmlich. Okay, dankeschön Lars. Dankeschön, dass du das mitgebracht hast. Und eine Frage geht mal an den Sebastian. Das ist ja eigentlich ein Podcasterinnen- und Podcaster-Treffen. Jetzt haben wir gerade Malen, wir haben Löten, wir haben Internetradios. Gut, da sehe ich es noch. Jetzt haben wir Siebdruck. Stopp, ich muss gerade noch einhaken. Und Hörer und Hörerinnen- und Hörerinnen- und Hörerinnen- und Hörer-Treffen. Schande über mich, dass ich das nur wieder ausgelassen habe. Genau. Jetzt ist es schwer, über diesen Lapsus hinweg zu kommen. Du wolltest darauf wahrscheinlich hinaus, dass wir... Kommt diese Vielfalt hier rein. Ja, weil wir alle Vielfalt sind, ne? Wir sind viele und vielfältig. Viele und vielfältig. Vielfältig. Und das darf sich und soll sich auch widerspiegeln. Okay. Ich meine, es ist ein Sommer-Event. Das kann einfach mal so ein bisschen... Das muss ja nicht immer das Gleiche sein, ne? Jeder bringt seine Themen mit und hat was zu erzählen. Das ist der Hintergrund von vielen Podcasts, ne? Ja. Und das finde ich gut. Lars hat gerade getangelt? Nein, 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 nein. Orgerzeug. Orgerzeug. Ja, Orgerzeug. Der Schutz an deinem Headset ist auf halb acht. Achso, vielleicht sollte ich das nicht vorlesen. Nein. Deswegen. Tut mir leid. Sonst hätte ich es ja gesagt. Profis. Profis. Vielleicht sollten wir mal das Headset auch erst runterziehen, bevor man ranhebt. Ich wollte nur helfen. Egal. Du darfst das nächste Mal gerne einfach ans Headset ran und dann direkt selber korrigieren. Also für alle Audio-Menschen, die das Ganze hören, sozusagen auf unseren Headset sind so kleine Schaubstoffknubbel drauf, die so ein bisschen das Aufploppen der Stimme, der Luft verhindern sollen. Und das hatte sich so ein bisschen gelöst. Ja, es sah so aus, als fällt es gleich runter. Super. Okay, dann sagen wir nochmal, Dankeschön Lars. Ja, aber klar. Ob du nächstes Jahr wiederkommen würdest, hattest du mir schon beantwortet, aber nicht auf der Bühne. Würdest du nochmal kommen? Ja, Potsdok auf jeden Fall. Astronomie, keine Ahnung. Wunderbar. Das hat ja dann auch noch ein paar Tage Zeit. So ist es. Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema, was so unmittelbar mit Podcasting zu tun hat. Es geht um Tierhaltung. Oder hast du was anderes vor? Du siehst so aus, als hättest du einen Plan. Überhaupt nicht. Okay. Nee, mach weiter, bitte. Aber? Virtuelle Tierhaltung. Ja, alles klar. Janett, die Ansprechpartnerin dafür. Ich konnte gerade mit Tierhaltung nichts anfangen. Ja, kannst du mal sehen. Ich dachte, du wolltest jetzt auf irgendwas Metatechnisches wegen diesem Gelände und so weiter hinaus. Wegen der Tierkörperbeseitigungsanstalt. Ja, das hatte ich gerade so in den Zusammenhang gebildet. Nein, das habe ich ja letztens erst begriffen. Wisst ihr, dass das eine Tierkörperbeseitigungsanstalt gewesen ist hier? Also wir hatten uns, als wir das erste Mal hier reingekommen sind, über den morbiden Charme gewundert. Und dann hieß es hinterher, es ist eine Tierkörperbeseitigungsanstalt gewesen. Da kommt vielleicht, vielleicht ist ja noch so ein bisschen was in der Luft. Ja, wenn ich das nicht gewusst hätte, wäre ich mit deiner Katze nicht gekommen. Richtig, dann wärst du mit deiner Katze nicht gekommen. Janett, hallo. Hallo hier. Podcasterin, Podcast-App-Entwicklerin. Du hast... Und Podstock-Gast. Und Podstock. Gästin. Wie auch immer. Korrekterweise ist es Gästin. Ich findest du den Begriff sehr sperrig, aber wenn du es möchtest, bist du Gast. Ich find das schräg. Sei unser Gast. Du hast die Podcat entwickelt. Hast dich jetzt auch hier vorgestellt. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Gestern um elf hattest du einen Slot. Was genau ist da passiert? Ja, gestern um elf habe ich eigentlich versuchen wollen, so den Roundup zu bringen, was sich die letzten zwei Jahre getan hat. Weil letztes Jahr war ich ja nicht auf dem Podstock. Davor schon. Und davor habe ich schon mal gezeigt, was sehe ich kann. Und dann wollte ich da oben meinen Vortrag halten. Und wir hatten noch so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Mikrofon. Und im Nachhinein stellte sich heraus, dass ich hier bei dieser Geschichtenblase... Kapsel. Kapsel, genau. Ach, ihr wart das. Ich hatte da einen Gastauftritt. Ah. Ein ungewisses Lager. Ja, das erklär mal, Sebastian. Ja, also irgendwie waren bei der Geschichtenkapsel plötzlich alle irritiert, dass Stimmen aus dem Off quasi gekommen sind. Also es standen ungefähr zwölf Leute hier auf der Bühne und es plötzlich sprach eine Dreizehnte, von der keiner... Und es sollte ja Überraschungen geben, aber mit der hatte keiner gelernt. Und Becci hat mir noch erzählt, sie hat alle böse angeguckt, ob nicht irgendeiner doch gerade redet. Wo ist sie denn? Ja, auf jeden Fall. Ja, und da kamen die Stimmen raus und dann waren wir auch erstmal in der Bühnentechnik ein bisschen verwirrt. Wo kommt das denn her? Und dann ist mir eingefallen, ja, also dann habe ich die Stimmen wiedererkannt, das muss oben aus dem Workshopraum kommen. Und ja, der Andi hatte dann das Funkmikrofon auf der gleichen Frequenz, was wir hier unten benutzen, eingerichtet. Und ja, das hatte dann hier quasi dann auf der Bühne entsprechend für Verwirrung gesorgt. Super. Das heißt, man hat euch erstmal das Reden verboten da oben? Und wie ging es dann weiter, Jonette? Ja, der Sebastian kam dann rauf zu mir und so etwas panisch, so übrigens, dein Gerät ist da, man hört dich unten, klick, klick, klick. Und drückt auf dem Gerät rum, das ich da im Gürtel getragen habe und dann war wohl wieder alles gut. Aber auf der Aufzeichnung von der Geschichtenkapsel bin ich noch im Intro drin, so die ersten drei Minuten. Und man sieht sprachlose, leicht verwirrte Gesichter hier auf der Bühne. Das ist sehr amüsant. Das war ein schöner Einstieg. Super, klasse. Zumal der Slot mir auch weitestgehend die Gäste gestohlen hat, sodass ich da oben eigentlich einen Roundup für die Aufzeichnung gemacht habe, das auch völlig in Ordnung war. Ein Roundup für die Aufzeichnung bedeutet was jetzt? Naja, mit zwei Gästen könnte man ein nettes Sit-in machen können oder ich habe einfach mal runter erzählt, was für die zwei Jahre sich verändert hat tatsächlich. Und das ist genauso umfang... Podcast aufgenommen, wenn man so will. Podcast mit Gästen. Sozusagen genau. Die dann auch noch ein paar Fragen gestellt haben, das war soweit ganz gut. Ja, und fand ich gut soweit. Mach doch mal die Summary. Die PodCat gibt es, was hat sich in den letzten zwei Jahren getan, entscheidende Weiterentwicklung, neue Versionen, was gibt es da Neues? Das Wichtigste ist wohl, dass ich letzten Oktober die App komplett nochmal neu in einer neuen Programmiersprache geschrieben habe. Schon wieder? Das hast du doch schon zweimal gemacht. Also in den sechs Jahren Entwicklungszeit hat sie ein paar Re-Entwicklungen gekriegt, aber sie war immer in einer festen Programmiersprache, Object to C, geschrieben. Und nachdem Apple die neue Programmiersprache Swift so propagiert, habe ich mich da drauf gestürzt und das war auch für mich beruflich eine Hilfe so. In der Firma kann das noch keiner, also nutze ich das gleich mit, lehre mich da selber ein und schreibe die App einfach mal neu. In drei Monaten war sie dann wieder im Store mit nahezu allen Features, die sie vorher hatte. Das ist halt schon so. Inhalb von drei Monaten in einer Sprache, die dir bis dahin unvertraut gewesen ist? Genau. Das spricht für die Sprache. Also das spricht für die Programmiersprache. Das hat sich wirklich gelohnt. Okay. Rundum die App hat nur dazugewinnen können. Wobei du dich ja jetzt auch neuen Herausforderungen stellen wirst. Willst du das schon plagen? Das streue ich hier gerade dann direkt mit ein, weil beruflich und privat ändert sich für mich mal wieder. Die Katze kommt zurück in deutsche Landen. Von den letzten drei Jahren in der Schweiz bringt das mich zurück nach Stuttgart. Und dort werde ich unter anderem ein bisschen mehr Hoheit über weitere Plattformen kriegen, darunter auch Android. Und wenn ich etwas Neues lernen will, dann mache ich das gleich richtig. Ebenso wie mit der Programmiersprache Swift. und lerne mich jetzt in Android ein. Und ich kann nicht neun Jahre Wissen von iOS-Entwicklung in kürzester Zeit auf Android bringen. Das geht nicht. Aber ich arbeite dran. Podcat für Android ist absehbar. Im Nächsten in Ihrem Google App Store oder wo. Genau. Super. Und wann gibt es die Windows-Version? Als Universal-App, bitte. Ich glaube, da sind wir raus. Da muss ich den Metacast-Martin wieder fragen, ob er das machen kann. Super. Das sind ja sehr gute Nachrichten. Und wer noch ein Fernseher zu Hause hat und so eine kleine schwarze Box von Apple, da wird dann Podcat on TV auch noch neu dazu kommen. Also das Katzen-Universum breitet sich aus. Also, das ist ein sehr einfaches Tierchen in der Haltung. Braucht nicht viel Pflege. Braucht nicht viel Pflege. So ab und zu mal so ein bisschen. Es kümmert sich um dich eigentlich viel mehr. Okay, dann ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Sind denn Podcat-Nutzer anwesend? Kann man jemand so sagen, wer Podcat benutzt? Eins, zwei, drei, vier. Das ist doch schon mal was. Du hast die 20 da hinten vergessen. Genau, genau, genau. Also die Weltherrschaft steht dir quasi unmittelbar bevor. Dankeschön, Janett. Wunderbar. Danke. Danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Angeschlossen in dem Raum, wo du da gewesen bist, also wo du angeschlossen gewesen bist, aber auf dem falschen Kanal angeschlossen gewesen bist. Ich modere einfach weiter. Du darfst gehen. Also du bist entlassen quasi. Entschuldigung. Ich hätte dich nicht so angucken sollen wahrscheinlich. Hat dann die Becky etwas über gendergerechte Sprache gemacht. Ich hätte mir das gerne angehört. Hatte auch gesagt, dass ich da hingehe. Ich habe es aber verpennt. Jetzt versuche ich das mal nachzuholen in aller Kürze. Und sie kommt aber nicht alleine. Genau, denn Lars war auch dabei. Damit das gendergerecht ist, gibt es einen Herrn und eine Dame, Lars und Becky. Ja, ich weiß. Aber bei mir läuft das alles unter Becky ist gendergerecht. Gendersensibel übrigens. Wir haben nämlich im Workshop unter anderem gelernt, dass es wahrscheinlich aktuell keine richtige Variante gibt, gendergerecht oder diskriminierungsgerecht zu sprechen. Aber immerhin sensibel können wir sein und verschiedene Konzepte ausprobieren und nutzen, die sensibler sind als andere. Das klingt in meinen Ohren auch weniger vorwurfsvoll. Wenn ich sage, mach es doch gendersensibel, klingt das irgendwie also leichter. Ist doch gut. Verdaulich irgendwie so. Gut, was habt ihr denn gemacht, Lars? Wir haben uns angeschaut, warum es nötig ist oder warum es sinnvoll sein kann, diese Sprache zu verwenden. Und zwar haben wir das an den Privilegien festgemacht, die wir alle so haben. Oh, ja, Privilegien. Genau, wir haben nämlich die Powerflower ausprobiert am Anfang und uns anhand von verschiedenen Kategorien, verschiedenen Ausprägungen dieser Kategorien zugeordnet, um festzustellen, dass wir in ganz schön vielen Kategorien eigentlich privilegiert sind gegenüber anderen Menschen. Also diese Powerflower, also ein Stern von Eigenschaften, die es gibt und auf den Eigenschaften dann quasi wie auf so einer Skala mehr oder weniger davon und dann kann man sich im Prinzip selber da positionieren? Tatsächlich darf man sich sogar nur binär positionieren. Entweder das eine oder das andere. Und zwar deshalb, weil die Gesellschaft einen meistens auch nur binär liest und dementsprechend auch die Machtverteilung da sehr binär ist und es meistens die Mächtigen und die weniger Mächtigen gibt und wenig dazwischen. Könntest du mal so drei Eigenschaften nennen, auf die man sich da binär einstellt? Zum Beispiel zwischen 25 und 40 oder älter und jünger. Die Menschen zwischen 25 und 40 sind tendenziell bevorzugt in der Gesellschaft. Ach so, binär, das sind drei Kategorien, aber nein, du sagst, also älter, jünger ist eine und dazwischen. Die Menschen zwischen wieviel sind wir vorwärts? Bis 45? Genau, das war jetzt die Variante, die dort gewählt wurde. Natürlich... Nochmal genau, weil ich mich ja selber einordnen möchte. Also zwischen 25 und 40? Ich glaube, es war 25 und 45. Es ist ja aber gar nicht so relevant. Die sind bevorzugt? Ja. Das ist auch so eine klassische Marketinggruppe, die dann... Genau. Auf die wird alles ausgerichtet in der Gesellschaft. Die käuferstarke Schicht war ja immer zwischen 14 und 49. Das war, als ich noch Kind war, war das so, das hat sich inzwischen ein bisschen geändert, weil die Alten haben auch viel Geld und so weiter oder einige Alte haben viel Geld, nicht alle. Okay, dann weiß ich schon, wo ich mich binär einordnen muss. Okay. Es geht nicht darum, dich binär einzuordnen, sondern zu gucken, wie andere dich auch dort einordnen und was das bedeutet für deine gesellschaftliche Position. Okay. Also zum Beispiel andere Kategorien, wo das jetzt vielleicht ein bisschen leichter wäre, sind jemand, Mann oder Nicht-Mann zum Beispiel wäre eine Kategorie. Wir haben ja nun hier gerade gelernt und lernen es immer wieder in unserer Community, dass es da gerade mit dem Binären nicht so einfach ist. Deshalb Mann oder Nicht-Mann, weil Männer die Privilegierten sind gegenüber allen anderen Geschlechtsausprägungen. Aber weiß man immer, ob man Mann ist? Nö, aber wenn man kein Mann ist, dann kreuzt man Nicht-Mann an. Und es geht ja auch darum, wie du wahrgenommen wirst. Das noch dazu. Ich dachte, das wäre so eine Selbstanalyse für mich selber erstmal. Ja, es ist so ein Mittelding. Okay. Es ist so ein Mittelding, weil es eben unterschiedlich ist, wie man sich selbst wahrnimmt und wie man von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Das habt ihr also, also wir können das jetzt nicht vertiefen, dann hätten wir ja den Workshop besuchen können. Also ihr habt das im Prinzip so erstmal als Werkzeug, als Grundlage der Diskussion. Wie ist es dann weitergegangen? Lass doch mal den Lars reden. Die Diskussion, die sich daraus ergab, die war ziemlich fruchtbar. Also wir haben, glaube ich, Wir hatten eigentlich noch so einen Praxisteil organisiert, aber den konnten wir gar nicht mehr machen, weil so viele Beiträge dann kamen, auch aus den Leuten, die eben den Workshop besucht haben. Und ja, es war sehr interessant, was da für Beiträge kamen. Wir haben ziemlich viel auch darüber gesprochen, wie man kritisieren kann, wie man mit Kritik umgeht, die man bekommt zum Sprachgebrauch. Und wie es ist, Betroffenen zuzuhören, wenn sie kritisieren, wie wichtig das ist, wenn wir selber nicht betroffen sind, zum Beispiel auch. Wir haben auch nicht nur über gendergerechte Sprache dabei gesprochen, sondern zum, sehr gut, Martin, du hast aufgefasst. Ja, ich bemühe mich. Nicht nur über gender-sensible Sprache gesprochen, sondern auch über andere Formen von Diskriminierung, die mit Sprache einhergehen können. Und es war wirklich eine, also wir mussten einfach eine Redeliste zu führen, weil es so viele Redebeiträge gab. Und es war wirklich ganz toll, wie viele Leute da offen Fragen gestellt haben und Meinungen kundgetan haben und wie diskutiert wurde. Das war, hatten wir noch gar nicht, wie der Zulauf gewesen ist. Also der Raum war voll? Der Raum war sehr voll. 20 Leute oder so, da oben in einem kleinen Dachstudio. Also es war, war sehr voll. Wenn ich jetzt mal eben die Situation mit der Janett aufgreife. Sie haben gesagt, sie ist Gästin. Und ich sage, ich tue mich mit diesem Wort Gästin irgendwie so ein bisschen schwer, weil das so, es ist so sperrig. Ich weiß, das ist ein offizieller, ein offizielles Wort. Also zumindest ist es im Duden aufgenommen. Der ja aber auch nur wiedergibt, was wir uns selber so ausdenken. Was wir benutzen. Ja, was wir benutzen. Und Janett selber sagt, bezeichne mich doch als Gast. Jetzt würden, wenn ich jetzt sage, du Janett bist Gast, würden manche Leute sagen, ja, aber das ist doch eine Gästin. Also wie kommt man denn da auf einen guten Weg irgendwie? Also wenn sich jetzt jemand mit Janett identifiziert und hört, wie ich spreche, dann fühlt sich jemand gekränkt. Janett selber fühlt sich aber nicht gekränkt. Also im Zweifel würde ich sagen, die Leute, die man anspricht, fragen, wenn man eine konkrete Person vor sich sitzen hat, wie möchtest du angesprochen werden? Dann ist das eigentlich der beste Weg, finde ich. Genau, bei diesen Konzepten, über die wir immer sprechen, geht es ja vor allem um Gruppen von Menschen, um Pluralworte, weil wir nicht wissen, was für ein Geschlecht zum Beispiel alle in dieser Gruppe haben und dann möglichst inklusiv zu sein, damit sich jede und jeder eingeschlossen fühlen kann. Ich bekomme einen Zettel, da steht nicht vorlesen oben drüben. Man muss doch diese Pause im Audio-Team auch erklären. Ja, das macht doch die Pause. Die Spannung. Genau, das ist ja die weiße Fläche des Hörers, der Hörerin, der Hörerin, des Hörers, wo die eigenen Gedanken eine Rolle spielen. Wenn wir die ganze Zeit Content liefern, dann braucht ja das eigene Hirn nichts mehr zu machen. Wenn wir mal schweigen, dann fängt das Gehirn zu fragen, was ist denn da los? Was könnte denn da passiert sein? Ja. Dann geht es, das ist, kann auch ein Aufmerksamkeit schaffen. Sehr schön. Ja. Ach ja, im Übrigen, ich bin gestern einmal dann hochgelaufen, ob alles gut ist und dann habe ich gleich Hausaufgaben mitbekommen. Hausaufgaben? Ja. Du wurdest doch letztendlich noch gelobt, wie schön du immer auf alle Varianten eingehst. Ja, wir haben ja eine Mentorin, also Becci ist ja Mentorin, wenn sie im Chat ist, dann genau. Im Sendegarten-Chat. Was für Hausaufgaben hast du bekommen? Die Powerflower. Die Powerflower, genau. Er hat auch eine mitbekommen. Alle, die vorbeikamen, haben eine mitbekommen. Okay. Und das nimmst du dann, um dich zu sensibilisieren? Ich muss noch mal genau gucken, was da draufsteht. Wir haben ja nicht gestreamt gestern, weil wir erstmal gucken wollten, ob es für alle in Ordnung ist, wenn wir es aufgenommen haben, aber es wird auch eine Aufnahme davon geben, die hier veröffentlicht ist. Also es kann auch jeder und jeder nochmal reinschauen und hören in die Diskussion. Gut. Dann ist das eine Einladung, an der Stelle sensibel zu sein und sensibel zu bleiben oder zu werden, je nachdem, wie auch immer. denn wir wollen, wir benutzen ganz viel Sprache, das ist unser geliebtes Medium und wir wollen aber auch niemanden damit verletzen. Also zumindest, wenn wir es wollen, dann sollten wir es wissen, dass wir es wollen und tun und so im Vorbeigehen und unabsichtlich wäre es ja blöd, wenn das passiert. Genau. Darum geht es. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr das gemacht habt. Sehr gerne. Wie war Potsdam insgesamt für euch jetzt hier 2017? Ich möchte nicht fahren. Können wir noch bleiben, vielleicht ein oder zwei Tage? Die Zelte stehen noch alle noch. Ja, natürlich auch. Ja. Nee, war super. Ich habe ja auch fleißig immer gesehen, was auf Twitter so reinkam. Und du hast ja selber auch getwittert. Ich habe auch selber getwittert, ja. Die Public Relations Abteilung von Potsdam gesehen dieses Jahr. Genau. Nee, ich habe auch gesehen, dass viele, die nicht hier waren, das verfolgt haben. Hast du gesehen, der Hashtag Wisswip wurde umgedichtet in was ich sehe, wenn ich Potsdam Tweets lese. Ich habe nur einen davon gesehen, ja, genau. Ja, zum Beispiel. Ja, also es war echt toll, was da auch reinkam alles. Ja, und von dieser Stelle auch ganz herzlichen Gruß nochmal an alle Fernzuhörerinnen und Zuhörer oder auch Fernmitleserinnen und Mitleser. An der Stelle könnte ich ja vielleicht einfügen, was ich gerade bekommen habe. Liebe Hörerinnen, die ihr mit lauscht und Hörer, wie hat euch denn Potsdam eigentlich gefallen? Wir haben ja einen Eingangskanal. Zum Beispiel kann man per Twitter uns antworten unter dem Hashtag Potsdam.de. Das DE da hinten dran ist nicht unwichtig, weil es in Amerika eine Veranstaltung gibt, die ungefähr zur selben Zeit abläuft und die hat den Hashtag Potsdok schon mal und auch Potsdok17 oder so mehr oder weniger absorbiert und wir nehmen jetzt einfach dieses DE da hinten dran. Das ist natürlich nicht so ganz sexy, aber Aber es hat wunderbar geklappt dieses Jahr. Im Gegensatz, letztes Jahr musste ich vier Hashtags abonnieren, das weiß ich noch und dieses Jahr haben wir ja auch schon frühzeitig versucht, das in den Köpfen der Menschen festzusetzen. Den oder keinen. Richtig. Ja. Gut. Falls ihr also gerne auch mal von euch hören lassen möchtet, gebt uns doch einfach auf diesem Kanal mit. Wer immer will, kann natürlich auch noch eben zum Rekorder greifen und eine kleine Audiobotschaft einsprechen. Das ist ja auch kein Problem. So was haben wir ja. Ach. Da fällt uns doch das gute Stichwort. Der Oboe-Man hatte mir tatsächlich noch am Freitag oder am Donnerstag einen Kommentar geschickt, den wir vergessen haben am Freitag einzuspielen. Deswegen würde ich ihn jetzt einfach mal einspielen. Das ist ja, das passt ja wie geschnitten Brot. Als hätten wir es vorbereitet. Ja, als hätten wir es vorbereitet. So, dann mache ich das mal. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu laut. Einen Moment, ich drehe das mal auf. Ach nee, ich kann ja hier drehen. Guck mal. Ihr könnt euch hier auch mit diesem Schalter schützen. Wenn es arg wird. Hallo zusammen auf dem Podstock-Festival-Gelände. Hier ist der Oboe-Man und ich sende euch einen Audio-Gruß ans Podstock-Festival. Vielleicht ist es der erste Audio-Gruß, der je gesendet worden ist. Ich kann ja dieses Jahr leider urlaubsbedingt nicht dabei sein und ich wünsche euch aber trotzdem sehr viel Spaß, tolle Stunden, tolle Vorträge, fantastisches Bühnenprogramm, schöne Gespräche, leckeres Essen und was da noch alles dazugehört. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was ihr dann alle berichtet in euren Podcasts und da wird es ja bestimmt eine ganze Menge wieder geben, so wie im letzten Jahr auch. Ich finde es toll, dass die Veranstalter es wieder auf die Beine gestellt haben. Verfolge das mit Interesse und wenn ich Glück habe, sendet ihr tatsächlich diesen Audio-Kommentar irgendwo mal dazwischen. Auf jeden Fall für mich eine sehr effektive Art, mit nur einer Datei so viele tolle Podcaster zu erreichen. Also nochmals, liebe Grüße aus dem Allgäu der Oboman. Dankeschön an den Christian, den wir unter Oboman kennen, der den Umwomokomen Podcast macht und der im letzten Jahr in unserem Sendegarten Nummer 3 hier live auf der Bühne unser Gast gewesen ist und alle Trenner auf der Oboe live gespielt hat. Ich muss sagen, ich hatte so viel Vertrauen in seinen Kommentar, dass ich den mir vorher gar nicht angehört habe. Ja, aber gut, okay. Er schickt ja öfters welche rum, deswegen bin ich mir sicher. Genau, also man konnte sicher sein, dass aus der Quelle nichts Glimmes kommt. Liebe Becky, weißt du, ob die Hanna noch da ist? Sie hat vorhin mal gefragt, ob jemand an ihrem Fahrrad mit rumschraubt. Vielleicht ist sie schon weg, vielleicht schraubt sie noch an ihrem Rad, das weiß ich leider nicht. Ich sehe sie jetzt nicht. Sie hat nämlich, und damit ist es quasi eine Überleitung, und ihr seid mit Dank entlassen sozusagen. Sie hat uns ein Thema mitgebracht. Ich war selber kurz dabei, als sie über das Leben nach dem Trauma gesprochen hat. Also was bedeutet Trauma eigentlich? Was verstehen wir umgangssprachlich darüber? Was ist es denn aus der Pers? Aus der Perspektive der Betroffenen, besonders der Wissenschaft und so weiter. Es gab eine recht interessante Diskussion. Wenn Hanna jetzt selber nicht da ist, ist jemand von euch Anwesenden bereit, kurz über den Workshop Leben nach dem Trauma mit Hanna, also den Hanna gehalten hat, nicht, dass es kein Trauma mit Hanna, also so rum bitte nicht verstehen und nicht aus dem Zusammenhang reisen, der darüber sprechen möchte? Jonas? Okay, der Jonas guckt mal eben, ob sie das Fahrrad repariert vor dem Haus. Dann gehen wir doch weiter und gucken noch mal auf die Liste. Da wäre nämlich Ultraschall 3 ein Einsteigerangebot und das müsste der Udo gewesen sein. Wieder der Udo. Der Udo, diesmal aber in eigener Mission. Ne, den habe ich jetzt übernommen. Du hast doch hinterher Studio Link gemacht, dachte ich. Was denn jetzt? Nein. Alles gut, das hat der Udo selber gemacht. Der muss sich nicht vertreten. Der Udo kommt auf die Bühne, nimmt sich ein Headset, ein grünes Headset. Guten Morgen. Ach, guten Morgen, guten Mittag. Guten Mottag. Oder? Wir haben jetzt schon gleich 12 Uhr. Schon wieder was zu essen? Noch Reste? Achso, ja, wir haben noch ein gutes Stichwort. Wenn wir noch Reste haben, ich habe jetzt gerade keinen Überblick, nehmt was mit auf den Heimweg, frest alles leer, was da noch ist. Wir müssten es wegschmeißen tatsächlich. Ich kann es nicht mitnehmen und ja, das wäre sehr schade. Also, wenn ihr noch Platz habt, dann nehmt es mit. Ich glaube, es müsste eigentlich alles aufgebaut sein, hoffe ich, was wir noch haben. Das klingt schon so nach Verabschiedung, aber wir... Ja, aber viele gehen jetzt halt schon. Wir sollten auch langsam die Kurve kriegen, das stimmt, aber wir gucken erst nochmal den Udo und fragen ihn nochmal. Ultraschall 3.0, du bist ja in der Entwickler-Community dabei und konntest so ein bisschen aus der Werkstatt erzählen, oder was hast du gemacht? Wir haben eigentlich wirklich, so wie es da stand, einmal Ultraschall für Windows und einmal für macOS installiert. Echt? Für Windows? Ja. Super. Lob und Anerkennung. Da ist ein Schritt mehr, den muss man ja einmal zeigen. Ich denke, ein Schritt weniger. Nein, ein Schritt mehr. Was? Aber nicht schlimm. Ja, da haben wir es installiert und da habe ich noch grob... Eigentlich einen Schritt weniger. Bei Windows? Ja. Nein, da musst du die VST-Plugins noch einmal scannen. Aber vorher... Aber ein Schritt ist vorher weg. Na gut, das ist nur ein Tor. Komm, lassen wir das weg? Ja, auf jeden Fall haben wir es installiert. Da habe ich noch ganz kurz angerissen, wie was es da so gibt. Also wirklich nur so ganz grobe Oberfläche. Ja, das war es. Das war ganz gut. Okay, einmal praktisches Einführen sozusagen. Und was waren da für Leute? Haben die schon mal mit Ultraschall zu tun gehabt? Oder sind daran gescheitert? Viele, die das immer wollten und noch nicht oder sich es mal angeguckt haben, dann keine Zeit oder Lust hatten. So Anfänger. Warum kennst du dich damit so gut aus? Du hast ja gestern auch hier eine Verbindung zwischen dem Rekorder hier und Ultraschall über Rieper, MIDI-Steuerung und so weiter quasi aus dem Ärmel geschüttelt. Weil ich mich damit zum letzten Kongress mit dem Robert sehr viel beschäftigt habe über MIDI. Und da wusste ich das natürlich noch. Okay, warum? Wegen der Reuspertasten. Haben wir ja auch einen Vortrag gemacht. Ach, wegen der Reuspertasten. Also die Hardware-Ansteuerung, also über Hardware das Ganze von außen ansteuern. Genau. Ah, okay. Da wusstest du das noch. Toll. Super. Bist du zufrieden mit der Resonanz? Ja, war gut. Du bist ja sowieso so ein Podstock-Urgestein, habe ich so den Eindruck. Kann das sein? Ich war im Auto mit Branko und Kulinarikas, Sven, als die das erfunden haben. Du warst dabei? Warst dabei? Ich dachte, sie waren zu zweit. Nein, ich war nicht. Ich dachte, sie wären zu dritt gewesen. Aber jetzt sind sie zu viel. Branko hat seinen Zug verpasst. Wir haben ihn mitgenommen, haben ihn noch in Paderborn rausgeschmissen. Und auf dieser Fahrt kamen... Vom legendären Grill... Hörerinnen-Grill von NSFW. Richtig. In Düsseldorf. In Rheinwiesen. Ja, so war es. Da war die Idee geboren. Genau. Boah, da ist ja quasi ganz von Anfang an dabei. Ja. Das sollte ja mal was ganz, ganz Großes werden. Und jetzt ist es so was mittelgroßes, mittelgroßes. Ich vergleiche es mal mit Wacken. Da sind es ja so 70 und 60. Da 70.000. Ja, aber gut. Gleiche Liga auf jeden Fall. Ich nehme mal an, es wissen nicht alle von der Historie. Wenn wir die Möken mitzählen, dann kommen wir in die gleiche Region. Drei Minuten Potsdam-Historie. Wieso sollte das mal ganz groß werden? Nein, das wurde so rumgesponnen. Da machen wir Podcast live auf der Bühne und dann stehen ja 10.000 Leute und hören das. Eigentlich war es, weil wir auf dieser Wiese waren, dass alles so toll war und dann waren so viele Leute. Das hat Sven irgendwann gesagt. Genau, hat Sven gesagt, das ist ja irgendwie wie Woodstock, also Potsdog. Da kam die Idee her. Okay. Das haben wir da ein gutes Stichwort. Das haben wir dann im Logo auch ein bisschen aufgegriffen. Dieses Woodstock-Theme. Woodstock-House. Denn der Vogel soll eigentlich eine Taube sein, der quasi im Woodstock-Logo drin ist. Das wusste ich vorher auch nicht. Ja, erst recherchieren. Google doch mal hier das Poster. Genau. Oh, meinst du, ist da irgendein Schutz drauf? Wir zitieren ja. Es ist ein Zitat mit direktem Bezug. Ist doch ein paar Jahre her. Ja. Du kannst ja nicht mal Happy Birthday singen, ohne dafür belangt zu werden. Also wir schauen jetzt alle auf das Beamer-Bild. Das ist ja auf einer Gitarre. Auf einer Gitarre. Und wir haben halt keine Gitarren. Oder wir hatten zwar Gitarren, aber unser Hauptinstrument ist ja eher das Mikrofon. Und deswegen haben wir uns für das Mikrofon natürlich entschieden. Und der Vogel hat keine Beine bei uns. Der sitzt einfach so. Ja. Und das ist ein Entwurf von Graforama, wohl? Genau. Richtig. Von Sven. Also von Sven Graforama, der sich darum gekümmert hat. Und das freundlicherweise angefertigt hat. Man kann übrigens den Vogel, wenn er auf den Kopf dreht, noch zwei andere Tierköpfe sehen. Kann jeder ja mal ausprobieren. Wenn der Vogel auf den Kopf dreht. Ich muss erst wieder ausräumen, mal eine Beute hier wieder abgeben. Sonst geht das natürlich nicht. Ich habe nämlich, guck mal. Ja, verstehe, verstehe. So. Wenn ich das auf den Kopf stelle, was seht ihr? Am besten so der Winkel. Hä? Ja, Seekuh, genau. Eine Seekuh? Und dann gibt es noch, wenn man das als Mund sieht, gibt es auch noch ein zweites. Also könnt ihr euch mal in Ruhe. Es gibt drei Tiere. Echt schön. Mindestens. Das ist doch ein Frosch. Das ist doch ein Frosch. Ich sehe doch da einen Frosch. Guck mal, das ist doch Kermit. Ja gut, das muss man dann weglassen. Das ist doch ein Frosch. Eindeutig. Ja, na ja. Ja, na ja. Also bitte. Okay. Mit dieser kleinen Fantasieübung. Hanna ist jetzt auch da. Ist Hanna gekommen? Ja. Hast du Lust, über Workshops zu sprechen? Ja, super. Ach, das ist ja klasse. Dann würde ich dich bitten, an Hanna zu übergeben. Dankeschön, Udo. Dankeschön für deinen Einsatz für Podstock. Dankeschön für deinen Einsatz für Studio Link. Und du hast ja auch sonst hier Schrippen gezogen und bist auf Leitern geklettert und hast diverse Dinge getan, ohne die ich einfach nicht möglich gewesen wäre. Dankeschön, Udo. Und auf die Bühne zu uns kommt Hanna und bringt auch bringt mir meinen Stift wieder. Das ist ja super, wie sich die Dinge fügen. Guck mal, ich habe mir inzwischen einen anderen besorgt. Ja. Wo ist er? Oh, mit Hund. Mit Hund. Genau. Hund im Dienst, Hund nicht im Dienst. Nein, nicht im Dienst. Nein, nicht im Dienst. Es ist ein Assistenzhund. Hanna bringt einen oder hat einen Assistenzhund. Und wir können daran sehen, wenn der Assistenzhund sein, wie nennt man das denn, Umhang? Im Arbeitsmodus. Schier. Sein Superheldenumhang. Sein Superheldenumhang trägt, dann ist er im Dienstmodus. Genau, ansonsten ist es ein normales, frei und kuschelbedürftiges Tier. Liebe Hanna, hallo. Hallo. Du hast, du bist glaube ich zum ersten Mal auf dem Podstock, oder? Ja, ich habe auch gerade zum ersten Mal ein professionelles Headset das fühlt sich komisch an. Total. Man fühlt sich jetzt plötzlich irgendwie überwacht, gehört. Aber du bist ja, also Podcasten als solches, du machst ja selber ein Angebot. Ja. Viele sein ist dein Angebot, wo du im Dialog in der Regel mit anderen Menschen über traumatische Erfahrungen sprichst. Dissoziative Persönlichkeitsstörung, heißt das so? Ja, also die Abkürzung ist Dissoziative Identitätsstörung. Identitätsstörung, okay. Wir sagen Struktur, weil Störung gleich krank klingt, aber ja, das ist... Das ist das Thema, was sich da so durchzieht. Genau. Das ist ja verbunden mit einer gewissen Erlebensrealität und die teilen wir aus betroffenen Perspektive und das ist so das Angebot. Ja. Gleichzeitig hast du einen Blog, der heißt... Einen Blog von vielen. Einen Blog von vielen, wo du einfach auch reinschreibst, was du erlebst. Unter anderem hast du auch von Podstock geschrieben, habe ich gelesen. Ja, hast du auch sicherlich... Die neuesten Einträge habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin neugierig, was dein Fazit sein wird. Aber wir fragen erst mal nach dem Fazit des Workshops, den du gestern angeboten hast. Eigentlich sollte es ja eine Early Bird Veranstaltung sein, ganz früh am Morgen, neun Uhr, aber das hat irgendwie nicht so hingehauen. Ja, die meisten Vögel waren noch im Nest. Sehr schön, ja. Haben alle noch geschlafen oder gefrühstückt und dann haben wir gefragt, ob wir sie einfach später nochmal anbieten, weil Trauma ist ja jetzt auch kein... Geht halt nicht ums Rosenzüchten, ne, oder es ist halt dann kein leichtes Thema und dann weiß man immer nicht so genau, zieht es einfach nicht, weil es schwer ist oder zieht es nicht, weil es zu früh ist und dann haben wir gedacht, wir gucken nochmal und dann war aber auch volles Haus. Also dann waren doch wieder mehr Menschen, als ich gedacht habe, das kommen. Gestatte mir eine Zwischenfrage. Wenn du in deinem Podcast von wir sprichst, dann sprichst du aber von dir selber auch in der Mehrzahl. Jetzt hast du auch gesagt, wir gucken mal, ob wir es zu einem anderen Zeitpunkt machen. Ist das denn jetzt Hanna und, was weiß ich, mit Udo, also wir hier oder ist das dann auch... Der Rest wir hier. Für mich ist das als Hörer in deinem Podcast immer so ein bisschen verwirrend gewesen. Inzwischen, ich habe mich so ein bisschen eingehört, verstehe ich, wie es gemeint ist, aber es ist am Anfang so ein bisschen schwierig. Ich spreche dich aber jetzt auch mit du an als einzelne Person. Das ist für dich auch okay. Das ist schon okay. Wenn uns jemand fragt, dann sagen wir immer, Hanna könnt ihr als Krücke. Also erste Person Plural plus den Namen, das ist für uns passend. Wie viele sind denn dieses Wir? Zwei? Das weiß ich noch nicht genau. Ach so, da ist auch ein Komm und Gehen. Das alte Wort für Dis war multiple Persönlichkeitsstörung. Ja. Und das ist ja so ein bisschen im Fernsehen immer so als Dr. Deckel und Mr. Hyde oder andersrum oder so. Also wir sind, ich bin viele. Ja, also ich habe nur so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen, die sich auch nicht immer so einig sind. Ja. Hau ihm alle runter. Nein, lass es sein. Hau ihm eine. Nein, das geht doch nicht oder so. Ja genau. Ich habe das ohne das zu wissen. Ich weiß nicht, wie viele da noch sind und gucke halt immer. Also ich weiß nicht, wie viel, aber genug. 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 Zum Podcast noch eben. Ja. Das ist doch nicht einfach, darüber zu sprechen oder ist das einfach? Damit leiten wir dann quasi dann auch zum Workshop. Also soweit ich dabei war, war das auch Thema. Wie ist es, darüber zu reden oder nicht darüber zu reden? Was bedeutet das? Also darüber zu sprechen, kommt halt darauf an. Man kann ja so oder so darüber reden. Ja. Also wenn wir so einen aufklärerischen Touch hätten, dann würde es mir schwerer fallen. So brauche ich ja nur teilen, was ich jeden Tag erlebe. Und das ist ja, das teilt man ja an vielen Stellen mit. Das ist, wenn du jemanden triffst und der fragt dich, na wie hast du geschlafen, dann teilst du ja auch was mit. Und ich kann, nur weil es bei mir ein bisschen anders ist oder auch bei René, bei der Person, die das mitmacht, nur weil das bei uns ein bisschen anders ist aufgrund der Art, wie wir gestrickt sind innerlich und uns entwickelt haben, heißt das ja, also stellt das jetzt nicht unbedingt für uns eine Hürde dar. Es stellt die dann dar, wenn man feststellt, diese Perspektive teilt niemand. Und die Gesellschaft hat auch Schwierigkeiten dann mit Trauma als Hintergrund oder Gewalt an sich so aufzunehmen und dann zu thematisieren. Das heißt, bei uns liegt das eigentlich gar nicht, dass es schwierig ist, weil man teilt ja einfach was mit. Jedes Mal, wenn man mit jemandem spricht, teilt man was mit und spricht darüber. Und da Podstock ist, also ein Podcast ist ja auch nur ein aufgenommenes Gespräch am Ende. Also René, René als viele Personen und ich als Person, die viele ist, wir reden Stunden am Telefon. und es war halt, angefangen hatte ich mit einem anderen System, mit einer anderen Person, da war das genauso. Ja, das sagt man dann irgendwann so. Das ist ein Begriff. Ja, ja. Man hat ja auch Schwierigkeiten, das in Worte irgendwie zu fassen, die etwas... Es ist auch, wenn man System sagt, klingt es kürzer als eine Person, die auch viele ist. Ja, ja, klar. Also mit der hatte ich angefangen, mit der hatten wir auch stundenlang telefoniert und irgendwann hatten wir gesagt, wir wiederholen uns dann von Leuten, die nicht viele sind oder die einfach ein Interesse daran haben. Lass uns das doch einfach aufnehmen und wir gucken mal und es ist ja sowieso auch besser, wenn nicht immer nur Psychotherapeuten oder Psychologen darüber reden oder andere professionelle Menschen, die davon leben, dass wir das haben. Wir haben gesagt, wir leben damit, wir nehmen das auf und teilen es und ermutigen dadurch vielleicht aus Versehen noch andere, ihre Perspektive auch zu teilen. Also so. Von daher ist es vom Schwierigkeitsgrad tatsächlich eher, wen erreicht das, was wir sagen. Das ist häufig, das ist dann die Irritation, du sagst viele, was ist das denn? Oder, huch. Der Hund hat sich gerade im Kabel verfangen, das macht aber nichts. Was meinst du damit? Also die Irritation liegt halt häufig nicht bei uns oder die Anstrengungen, sondern beim Gegenüber. Deswegen ist es auch für dich oder René nicht so schwierig, eine Öffentlichkeit zu suchen, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Also immerhin, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, im Postdoc-Plan, habe ich auch gedacht, meine Güte, das ist aber eine Hausnummer. Also gehen wir da nicht schon sehr weit irgendwie so und dann habe ich dich aber erlebt als aufgeschlossenen, lachenden, fröhlichen Menschen, der sicher auch noch viele, viele andere Facetten hat, aber du bist jetzt nicht irgendwie zurückgezogen und man sieht dir nicht jetzt irgendwie Bedrückung oder was auch immer. Ich glaube, das hilft auch total. Ich glaube, es hilft, dass ich nicht eine, also es gibt ja unterschiedliche Menschen, ich bin nicht huschig, ich bin nicht huschig, ätherisch und zart. Ich bin schon eher so, ja zack, hier bin ich, ich kann gerade nichts dagegen tun, da müssen wir jetzt nochmal mit umgehen. Obwohl ich jetzt gerade, wo du nackte Unterarme hast, sehe ich, dass da tatsächlich erkennbare Narben zu sehen sind, deutliche. Du sprachst ja auch gestern von seelischen oder, seelisch hast du nicht gesagt, aber nicht sichtbare Narben, wo immer sie auch sind. Genau. Und ich habe ja auch gesagt, dass man da eine gute Parallele zielen kann. Erstaunlicherweise, obwohl man das ja nach wie vor oft getrennt hat. Also Körper, Geist und Seele sieht man nach wie vor gerne getrennt, aber so ist es halt dann doch nicht. Also es gibt Interaktionen, es gibt Vermischungen, es gibt verschwimmende Grenzen. Das ist das Ding. Und ich wollte nur gerade einmal zurück auf Öffentlichkeit suchen. das ist sowas, was ich, als ich angefangen habe zu bloggen, das war 2008 und zwei Jahre später hatte ich die erste Leserin und ich dachte, wieso liest die meine Sachen? Woher weiß sie das? Also es war nie, dass ich dachte, also klar, dass das Internet jetzt kein verborgener Ort ist in dem Sinne, wusste ich, aber es war nie so, ich bin die beste, tollste, klügste, ich habe das meiste zu sagen und jeder soll mir zuhören, hier bin ich, guck mich an. So war das nie. Es war mehr so, ich brauche den Raum, um mich auszudrücken, um einfach auch mal was zu sagen und in Worte zu kommen, denn das hat Trauma ja auch in sich, dass man dann häufig, deswegen hatte ich den Workshop angeboten, dass man was darüber weiß, aber dann Ideen hat, die man selten gut beworten kann und so taucht das Thema häufig auch nicht auf. Also dann ist es eben das dramatische, tragische Geschehen, dass man dann auch entsprechend bewortet und nicht die Realität, die wir haben, also die ich als Betroffene habe, ich habe die jeden Tag, das ist nichts Besonderes. Und ich glaube, es ist wichtig, das manchmal so ein bisschen zu transportieren als ein Teil eines Alltags, der passiert, an dem man einen Anteil haben kann, aber auch nicht muss. Und das ist mir wichtig, eben dann auch nicht zu sagen, also auch kein Event da draus zu machen, dass man mal den Mund aufmacht oder dass man das Thema mal draufbringt, sondern hier ist es ja auch, hier haben ja auch Leute Siebdruck gemacht, das gar nichts mit dem Podcast zu tun hat oder Kabel wurden gebastelt und so und ich dachte, das passt genau rein. Es ist irgendwie einfach was, was mich interessiert oder was einfach auch das Spezialthema ist, mit dem ich mich jetzt lange befasse, was ich gut transportieren kann. Also die sachliche Ebene habe ich drauf und ich kann es ein bisschen unterfüttern mit meiner eigenen Perspektive. Das ist doch was. Und wenn das einfach als Angebot unter vielen anderen steht, die auch eigentlich so erst mal gar nichts miteinander zu tun haben, dann ist das genau das, was ich will. Genauso wie ich das später auch in der Gesellschaft haben will, dieses Thema. Ich möchte nicht, dass jemand Angst davor hat zu sagen, mir ist mal was Schlimmes passiert oder ich habe eine Wunde davongetragen von etwas, was andere als gar nicht so schwer waren, also gar nicht so teilen würden. Ich hätte gerne, dass Leute sagen, mir ist was Gutes passiert, mir ist was Aufregendes passiert, mir ist was Traumatisches passiert. Dass das in einer Reihe stehen kann, dass man einfach in Worte kommt und dass die Schwere dadurch auch verliert und den Schrecken und dass Verarbeitung für die betroffene Person leichter wird, aber eben auch die Anerkennungsprozesse in der Gesellschaft angestoßen werden von es gibt Gewalt, sie hat unterschiedliche Gesichter, unterschiedliche Folgen und man sieht es den Leuten nicht an, aber man kann darüber reden. Das ist kein Geheimnis. Hat das funktioniert in deinem Workshop? Ich hatte den Eindruck, ja. Bist du zufrieden mit dem, wie es gewesen ist? Ja, also ich war irgendwie auch davon begeistert, also es waren Leute da, die hatten ganz viele Fragen und ich habe das gemerkt, dass die Konzentration da ist, dass man mir zuhört und darauf achtet, alles zu verstehen. Ich habe auch so einen Hang dazu, dann zu reden, rede ich ja jetzt auch gerade schon so. Wenn ich dann einmal im Schwung bin, dann sage ich alles, was mir einfällt. Aber das passte, da hatte ich den Eindruck auch ganz gut. Das war der richtige Ort dafür. Das war der richtige Ort. Ich hatte auch das Gefühl, klar, das war jetzt eine Stunde, die wir hatten, es ist immer zu wenig, man hat immer zu wenig Zeit. Es war dann auch in der Mittagspause, wir hatten es dann ja umgelegt, weil sonst wäre ja nirgends so Platz gewesen, weil morgens, wie gesagt, es war halt wirklich zu früh einfach und ja, das passte dann, aber es freut mich, dass es dann geklappt hat. Das ist sehr schön. Ja, also eine Stunde ist ja dann auch immer, irgendwann ist der Peak von der Konzentration auch weg. Und so hatten wir es ganz rund geschnürt und wir hatten danach noch ein bisschen Gespräch, Austausch, das fand ich auch ganz interessant. Für ganz wenige war Belastung in dem Sinne fern. Und das ist genau das. So jetzt habe ich vielleicht bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder der anderen was angestoßen, was hilft, dann irgendwie sich dem Thema zu widmen später in irgendeiner Form. Wunderbar. Wunderbare Schlussworte zu dieser Zusammenfassung. Ganz herzlichen Dank, Hanna, dass du den Schritt gemacht hast, hier zu Potsdruck zu kommen, darüber zu sprechen. Und vielleicht ist das ja nicht die letzte Gelegenheit gewesen. Ja, dieses Jahr bin ich auf jeden Fall dabei, es ist auch näher. Schon wieder weiß jemand irgendwie mehr als wir. Das ist da nicht zu fassen. Super. Dein Hund heißt Nack-Nack. Genau. Als Künstlername sozusagen. Dankeschön auch Nack-Nack. Auf den kümmern sich gerade gar nicht um mich. Euch beiden herzlichen Dank für den Beitrag, den ihr gemacht habt. Ich danke auch. Ja. Schick mir Hanna. Jetzt ist es ausgemacht. Was ist da los? Oh ja, genau. Oder sie? Ist das eine die oder ein der? Ja, eine die. Eine die. Soweit ich sehe, haben wir jetzt alles durch. Ein was? Ein Drucker. Frage mal, ob er einen Drucker braucht. Braucht noch jemand einen Drucker? Vielleicht um Tickets auszudrucken? Bahntickets? Irgendwas? Achso, zum Mitnehmen. Ah, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Wie? Wolltest du ihn verschenken? Ja, ich glaube... Nein? Geschenkt hätte ich den natürlich sofort genommen. Oder für einen kleinen Obolus. Ja, okay. Was am Podcast-Tisch gemacht worden ist, das wollten wir jetzt nicht hier besprechen, weil es ja darüber Aufnahmen gibt. Wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Wir haben ja schon nach zwölf. Richtig. Und wir haben ja zum Beispiel noch Verkündigungen. Genau, wir haben noch Verkündigungen. Und wir wollten noch eine kleine Feedback-Runde machen. Wollen wir die jetzt zuerst machen? Wollt ihr noch Meinung sagen? Ja, machen wir doch erstmal gerade schnell noch Meinung. Kleines fliegendes Mikrofon. Genau, fliegendes Mikrofon. Michael, hast du ein fliegendes Mikrofon für uns? Falls noch jemand etwas sagen möchte, der bisher noch... Ist das an? Ja, ist das an. Schönen guten Morgen. Ich bin ein bisschen laut. Möchtest du erst leiser drehen? Ja, habe ich. Danke. Ich hatte ja gerade noch im Twitter-Draum... Wer bist du? Sag erstmal deinen Namen. Ich bin der Thorsten. Thorsten Runde spricht. Und zwar spreche ich jetzt mal vom Podcast-Verein. Und nicht ich als Person, sondern als Podcast-Verein. Bitte denkt dran, euren Lieblings-Podcast für den 2. Deutschen Podcast-Preis zu nominieren. Unter podcastpreis.de Da könnt ihr unter Publikumspreis euren Lieblings-Podcast nominieren. Und ab 12. Dezember ungefähr wird dann die Abstimmung da laufen. Sodass keiner mehr sagen kann, warum bin ich nicht informiert worden, sage ich das hier nochmal. Und der Podcast-Preis wird in 207 Tagen... Wann war das nochmal? 21 Stunden, 54 Minuten und 49 Sekunden, wenn ich das richtig deute. Ja, ich gucke nur gerade, ich vergesse immer das Datum. Noch genauer brauchen wir es nicht. Ach, das ist ja gemein. Und zwar ist am 10. und 11. März in Essen beim Podcamp wird dann abends der Podcast-Preis noch wieder vergeben. Ja, das war eigentlich mein... Und sagen wir mal so, es hat mir gefallen als Feedback. Das ist doch schön. War ich das zweite Mal hier, einmal in Wolfsburg. In Wolfsdorf. Wolfsdorf. In Wolfsdorf. Und einmal hier, jetzt frage ich mich, wo das nächste Mal stattfindet, wenn ich hinkomme. Gut, ich wünsche euch viel Spaß. Alle anderen wissen ja schon Bescheid anscheinend. Achso, gut, du nicht. Sag mal was, ich war ja nicht immer dabei. Ja, kommt ja gleich. Sagen wir mal so, problematisch, was ich habe, ich quatsche gerne. Und das mache ich meistens neben der Bühne und nicht vor der Bühne. Du hast wirklich... Ich bin Podcaster. Wenn ich schreiben könnte, wäre ich Blogger. So, er reicht das Mikro weiter. Dennis möchte nicht. Ein selbstbekennender Nurhörer, aber erst Teilnehmer. Hättest du vielleicht eine Lust, ganz kurz zu sagen... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich bin rundweg begeistert von allem, was hier war. Habe viel mitgenommen. Hauptsächlich eigentlich von der Bühne hier. Workshops habe ich mich noch nicht herangetraut. Aber auf jeden Fall wieder. Gerne wieder, wenn ihr das für uns organisieren würdet. Ja. Und so nett wäre das. Wir organisieren nichts für andere, sondern wir für uns. Keiner hat hier irgendwas geleistet. Genau. Wurzog ist das, was jeder groß macht. Ja. Jede, jeder. Super. Dankeschön. Ihr müsst nicht. Also, keiner muss. Gebt einfach weiter, wenn kein Bock ist. Ist das jetzt die Feedback-Runde? Die offizielle Feedback-Runde. Gibt es schon Anmeldungen für nächstes Jahr oder klaue ich Udo den ersten Platz? Ja, da Udo schon im Orga-Team ist, wirst du ihn leider nicht verdrängen. Dann möchte ich mich anmelden und auch in das Orga-Team bitte. Ja, ich lade dich in Slack ein. Ja, schön. Kleines Feedback noch. Ja, dafür schon mal Applaus, ne? Ja, klar. Danke. Dann nochmal danke. Du hast, glaube ich, an allen Tagen die Brötchen geholt. Korrekt. Ja. Das flüssige Bier. Ich war häufiger für Backwaren zuständig. Es müssten noch Kekse da sein, ja. Kleinigkeit noch am Anfang. Ich würde sagen, ihr habt sehr viele Listen verschickt mit Dokumenten und macht das doch das nächste Mal einfach in eine Tabelle mit Tabellenblättern. Zum Schluss haben viele gesagt, der Überblick ist verloren gegangen. Der ist verloren gegangen, okay. Also ein Dokument und dann unten einfach die Reiter benutzen. Okay, machen wir das. Ansonsten, super. Ihr wart toll. Alle. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Das Mikrofon wandert durch die Reihen. Wenn sonst keiner will. Ich bin ja auch Erstbesucher hier. Ah. Das war mein erstes Podstock, weil ich es die letzten Jahre tatsächlich nicht geschafft habe. Also Almke war mir auch zu weit. Aus München kommst du, glaube ich, ne? Ja, genau. Aus München ist das ein bisschen arg. Also hierher war jetzt auch schon eine ziemliche Odyssee, aber es war gut. Es hat sich gelohnt. Viele Leute kennengelernt. Mein quasi negatives Feedback. Ich hätte gerne nächstes Mal mehr tierfreies Essen. Vor allem mehr Frühstück, mehr Optionen beim Frühstück als nur Margarine und heute war dann nicht mal mehr Marmelade übrig. Okay. Also das vegane Essen war etwas knapp, aber sonst, ich kümmere mich gerne auch nächstes Jahr ein bisschen mit ums Essen. Sagt Bescheid. Da hat sich jemand schreit, bin ich fürs Essen gemeldet. Ja, danke. Super. Wenn sich noch zwei, drei finden, können wir vielleicht sogar was mit Kochen zusammenschmeißen. Das kriegen wir auch hin. Well, well, well. Magst du das Mikro nochmal vielleicht weiterreichen? Ganz hinten, bei Johannes vielleicht. Habt ihr auch Lust, noch ein kurzes Feedback zu geben? Ihr vier? Oder der Bundler mit seiner sonoren Stimme? Mit meiner sonoren Stimme wollte ich nochmal sagen, ganz herzlichen Dank für alles. Es war super. Das Wetter kommt jetzt auch noch zur Geltung. Das könnte ein bisschen schöner sein beim nächsten Mal. Muss man mal mit Kachelmann reden, ob er da was da heizeln kann. Oder die NWO, die dann mit Chemtrails hier vielleicht ein bisschen freiräumt. Nein. Alles super. Ganz, ganz toll. Ich glaube, man kriegt jetzt so ein bisschen jetzt auch noch mit, wie viel Arbeit und Energie ihr alle hier reingesteckt habt. Und dafür nochmal ganz, ganz, ganz liebes Dank. Dankeschön. Auch von meiner Seite. Und ich glaube, da spreche ich von allen für alle, dass wir das gerne nächstes Jahr genauso wieder hätten. Vielleicht ein bisschen trockener, aber sonst alles super. Dankeschön. Wunderbar. Danke. Frank, Christoph, noch vielleicht. Ja, ich kann mich dem Butler nur anschließen. Alles ganz toll. Super Kontakt. Gerne wieder. Toller Überjahr. Versand war auch in Ordnung. Ja, also ich habe irgendwie keine Beschwerden. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Ich werde jetzt gerade fotografiert. Ich kann mich nicht gerade so wirklich konzentrieren. Aber du bist nicht zum ersten Mal dabei, ne? Ja, ich war vor zwei Jahren dabei. Also ich war beim ersten Mal nicht dabei. Dann am zweiten Mal, dann war ich dabei. Dann am dritten Mal war ich wieder nicht dabei. Und jetzt bin ich wieder dabei. Für die geraden Sachen bist du zuständig. Genau. Gut. Aber nächstes Mal komme ich auch wieder. Ich habe es schon fest im Kalender eingetragen und mit Karte eingetragen. Kein Datum genannt, kein Ort genannt, aber alle wissen Bescheid. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Sag mal. Erik. Dankeschön, Christopher. Ich möchte nochmal sagen, dass ich bemerkenswert finde, was von letztem Jahr zu diesem Jahr an Professionalisierung stattgefunden hat. Also zum einen, ich finde es super, dass das Wok hier ist. Das ist ja auch nochmal was, was nicht so selbstverständlich ist, dass man da vom Scharfestival direkt danach nochmal hierher kommt und das auch noch wuppt. Mit dem Workshop-Raum oben auch noch und allem vor Videoen. Und ja, das mit dem neuen Logo und den Armbändchen. Das finde ich alles echt super toll. Genau, die müssen dranbleiben bis nächstes Jahr. Um Himmels Willen. Das ist das Erste, was gleich verschwindet. Das kann ich dir mal sagen. Ich habe, glaube ich, noch Ersatzarmen. Heute machen wir schon beim Zähneputzen wieder. Total eingesaut damit. Für mich ist das... Aber ich... Das muss sein. Dann wundern sich alle, warum das nächste Jahr noch viel neu aussieht. Dankeschön, Erik. Gibt es noch der Brombeer-Falter? Ja, bitte. Ich bin gerade ein bisschen unvorbereitet. Du hast dieses Zepter bekommen. Ja, das verwirrt mich ja gerade so ein bisschen. Du darfst dein Feedback abgeben zu dieser Veranstaltung, zu der du ja beinahe nicht gekommen bist. Wir freuen uns aber alle, dass es dann doch noch dein Chef möglich gemacht hat, dich freizustellen. Es waren tatsächlich die Kunden, die brav waren, die uns an diesem Wochenende mit Arbeit verschont haben. Kunde droht mit Auftrag. Ja, es ist manchmal ganz furchtbar. Ja, es hat sich tatsächlich erst am Donnerstag, am Helfertag bei mir entschieden, dass ich kommen kann und dann noch so last minute eins der letzten Tickets aus dem Shop grabben und bezahlen. Und ja, war toll, dass es geklappt hat. Mir hat es hier wieder sehr gut gefallen. Mir kommt es so ein bisschen vor, als ob die Vielfalt der Workshops jedes Jahr größer und spannender wird. Also nicht, dass es irgendwann jemals langweilig gewesen wäre, aber auch so, also ich durfte dann gestern in Illustrarrunde nachts um eins nicht mehr zur offiziellen Workshop-Zeit, durchaus schon in leicht alkoholisiertem Zustand, das will ich nicht verschweigen, an irgendwelchen Schlössern rumfuhrwerken zusammen mit hier dem Lopaka und so. Das war total schön und man lernt doch immer wieder was Neues kennen, auch teilweise Sachen, zu denen man vorher überhaupt keinen Berührungspunkt hatte und das finde ich ganz großartig hier. Also mir gefällt es hier jedes Jahr besser. Nach dem, was du von deiner Wohnung erzählt hast und deiner Wohnsituation, ist es ja vielleicht auch gar nicht schlecht, immer so ein Lockpicking-Set in der Tasche zu haben. Ja, richtig, ja. Ich habe auch tatsächlich inzwischen Laubsägeblätter schon strategisch so vor der Wohnungstüre versteckt, dass ich notfalls irgendwelche Nägel, die mir Nachbarn ins Schloss gleiten lassen, selber rausziehen kann, dass ich nicht immer den Schlüsseldienst rufen muss. Super. Also man lernt hier wirklich was fürs Leben, wenn man so einen Nachbarn hat wie ich. Die Essen verteilen, ne? Ja, ja, ja. An der Wand, ne? Ich wohne, also wer es nicht weiß, ich erzähle da bei mir im Podcast manchmal drüber, ich wohne in so einem Wohnblock, den ich eigentlich ganz gerne mag, der aber über mindestens einen seltsamen Nachbarn verfügt, der ab und zu mal so seine gekochten Nudeln im Hausflur an die Wand wirft oder eben irgendwelche Nägel in Türschlösser reingleiten lässt. Also das betrifft nicht nur mich, das betrifft auch andere Menschen und das ist so ein bisschen, man hat was zu erzählen. Also das ist praktisch gratis Podcast-Themen, die ich von den Menschen bekomme, deswegen ist es ja vielleicht auch gut. Oh prima. Ich sehe gerade die Dela Roll da hinten herum. Dela, magst du auch ein bisschen was sagen? Ja, das geht. Dela ist ja auf Rädern hier unterwegs und hat immer die besonderen Herausforderungen an dieses Haus zu stemmen, aber bisher kommt das alles gut, ne? Ja, ich wollte mich auch nur ganz lieb bedanken, es war wie immer fantastisch. Es war wie immer an allen Seiten irgendjemand da gesprungen kam und irgendwas geholfen hat und irgendwas getragen hat und Dinge gebracht hat, mir das Essen vom Buffet geangelt hat und solche Dinge. Also echt fantastisch. In der Hinsicht kann ich euch nur immer wieder grob umfassend knuddeln alle zusammen und ich kann auch wieder für das nächste Jahr sagen, gut, die Location kenne ich nicht, aber ich vertraue euch da, dass ihr das auf die Reihe kriegt. Und ich werde auch, wenn es irgendwie möglich ist, nächstes Jahr wieder dabei sein und kann auch wieder für die Orga nur das Angebot machen, wenn ihr Leute habt, die in irgendeiner Form bestimmte Erfordernisse haben, Rollstuhl oder irgendwas, dann sagt Bescheid. Da findet man einen Weg, dass ich da vielleicht ein bisschen beratend mithelfen kann. Aber klasse Orga, war toll wie immer und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ja, super. Und nochmal Dankeschön für dieses wunderbare Potsdok-Poster, was du hier gemalt hast und für die unendlich vielen Schnitte mit deinem scharfen Messer beim Küchenteam. Ich habe dich eigentlich die ganze Zeit immer nur irgendwie hacken sehen und wir haben ja schon den Spaß gehabt, immer wenn ich jetzt zum Raum reinkomme, hast du ein Messer in der Hand. Das war mir auf Dauer dann doch etwas ungeheuer geworden. Jawohl, genau. Da hinten ist noch eine kleine Sitzecke. Ach, das ist so ein Puppe. Ich hatte es mir gedacht, frage ich die Kathi und schon hat sie das Mikro. Ja, ich kann Gedanken lesen. Super, oder? Ja, nee, also ich bin ja Wiederholungstäterin seit, also jetzt dieses Jahr Wiederholungstäterin. Das erste Mal Team Zelten bzw. Co-Zelten. Vielen Dank dafür. Ein tolles Foto habt ihr beide gemacht. Die verschlafene Becky. Eins? Ja, das habe ich gesehen. Ich habe nicht alles verfolgen können, aber das, was ihr vertwittert habt. Sei verzieht. Nee, ich fand es großartig. Ich habe dieses Jahr mehr mitbekommen, weil ich letztes Jahr erst Samstag kommen konnte. Und letztes Jahr war es einfacher, mich zu entscheiden, was ich machen will, wenn nur das Abendprogramm zur Verfügung stand. Dieses Jahr war es ein bisschen schwieriger, aber es war toll. Die Workshop-Auswahl war fantastisch. Ich hätte mich gerne klonen. Können wir das Teleportierunfall-Dingens mit dem Klon herholen, Johannes? Nein. Schade. Nee, es war super. Es hat Spaß. Ich habe mich total gefreut, Leute wiederzusehen und kennenzulernen. Und es war ein tolles Geschichtenkapsel-Arbeitstreffen, muss ich sagen. Was sollen wir nächstes Jahr anders machen? Was sollte besser sein? Das war ein berätes Schweigen. Genau. Super. Also auch ich kann nur sagen, es war wieder eine grandiose Veranstaltung. Ich fand es auch wunderbar, dass das Design sich ein bisschen angepasst hat, dass wir nach außen hin professioneller, ich sage wir, weil wir ja eigentlich alle eine große Familie sind. Deswegen ist es Zyran, nicht? Genau, deswegen ist das Podstock-Logo auch Zyran. Zumindest für Leute mit Farbschwäche. Schöne Grüße an Nicolas Wörl an dieser Stelle. Dann haben wir ihn auch in der Sendung. Super. Das ist die Regel für 35, 36. Und ich konnte auch nicht so viele Workshops besuchen, wie ich eigentlich wollte, weil ich dann doch mit meinen Vorbereitungen auch sehr eingebunden war. Das ist auch mein Kritikpunkt, dass ich... Falsch geplant. Egal. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das ja dieses Jahr auch ein bisschen als Ausprobierbühne auch verwendet, eben mit zwei Kandidatinnen und Kandidaten. Und eben, ja, ich denke, wir brauchen nächstes Jahr mehr Headshots. Guter Hinweis. Okay. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Dann vielen lieben Dank und ich gebe weiter an Judith. Dankeschön, Johannes. Sienna, hört man jetzt? Ja. Ah, man hört was. Diese Technik immer. Es ist eine Binärschaltung. Ich habe ja vorher schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich war jetzt das erste Mal da. Es war ganz großartig. Großartig. Also noch besser als das, was ihr letztes Jahr eh schon alle gefeiert habt und was ich, also mit welcher Erwartung ich hergekommen bin. Ich kann mich eigentlich nur meinen Vorrednern anschließen. Die einzige Idee, ich weiß nicht, ob die jetzt schon angebracht wurde, die ich noch vielleicht für nächstes Jahr hätte, dass man die Workshops im Vorfeld mal vorstellt und nicht am Sonntag, wenn schon alles vorbei ist quasi. Ja, das haben wir tatsächlich unterlassen, weil wir das elektronisch gemacht hatten. Okay. Das war, also, Barcamp üblicherweise ist ja so, dass sich die Workshops-Anbieter vorstellen und quasi so ein bisschen Werbung machen dafür. Ja. Und das war im Prinzip die Variante, das auf die Elektronik zu setzen. Wir waren am Freitag auch ein bisschen knapp dran. Ja, wir waren ein bisschen verpeilt. Also das war jetzt quasi die offizielle Version. Das andere ist, wir haben es einfach schlicht vergessen. Und die Alternative war, man liest einfach vor, was in der Ankündigung steht. Das wäre jetzt aber auch doof. Also das kann ja jeder selber lesen. Ich würde, das ist ein Punkt, stimmt, dass wir auch so im eigenen Feedback sozusagen, dass dieses Werbung machen und sich hinstellen und für eine Idee auch irgendwie einstehen und sagen, und das Gesicht zeigen und sagen, und ich stehe für Lockpicking und ich stehe für Siebdruck und ich stehe für Astronomie und was auch immer, dass man das dann gleich mit der Person verbinden kann. Genau, also deswegen wollte ich das jetzt auch nicht als Kritikverstandener wissen wollen. Es hat ja wunderbar funktioniert. Einfach nur, dass man vielleicht das Gesicht dazu hat, dass man sagt, hey, ich habe da jetzt im Vorfeld oder wie auch immer eine Frage, dass man dann gleich weiß, wie man ansprechen muss. Genau. Aber super. Insgesamt hat mir super gefallen. Ich komme nächstes Jahr wieder. Ich habe jetzt schon mal nachgeguckt. Sechs Stunden, 21 ist schon ein Weg, aber es wird gehen. Oder in mehrere, so wie beim Podcast hören, in mehrere Episoden packen. Einfach mal rumfragen, bei wem kann ich unterschlupfen für eine Nacht? Wie ist denn das jetzt? Also wenn sie jetzt sagt, wo sie wohnt und wir dann noch von drei weiteren die Stunden zahlen, dann könnte man das ein paar anpeilen. Mal gucken, worauf sie jetzt gekommen sind. Was ist denn hier so das Leak? Was geht denn hier so durch die Gegend? Also, es wurde gerade schon gesagt, ich habe mir schon Urlaub eingetragen, also habt ihr eine zeitliche Vorstellung? Morgen. Was? Auf die Webseite? Auf podstock.de steht da was. Echt? Was? Wer hat das geleakt? Du? Was? 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 Wie? Wo? Gestern? Als dein Laptop weg war? Ja. Bestimmt. War da was? Bestimmt. Ach, guck mal. Verdammt. Tatsache. Da steht was. Okay. Also, da haben wir ein neues Jahr. Genau, 2018. Das ist nicht mehr 2017. Wie kommt denn das? Ja, guck mal. Jetzt haben wir hier... Ich habe nicht nur ein Laptop vergessen. Den Spielmanzug der freiwilligen Feuerwehr Sorsi steht hinter der Bühne, um einen Tisch zu spielen. Um das jetzt... Und jetzt brauchen wir das alles gar nicht mehr. Verdammt nochmal. Jetzt, genau. Ich habe nicht nur meinen Laptop vergessen. Ich habe ein ganzes Jahr vergessen. Und erzähl uns doch mal, was ansteht. Ja, wir haben für nächstes Jahr schon alles soweit vorbereitet. Ja, Datum, Termin und Ort. Und zwar ist es der 16.17. Also der 16. wird wieder der Helferinnenaufbautag sein. Und ab 17. bis zum 19. August 2018 findet Potsdam leider nicht in Sorschied statt, sondern in der Kulturherberge, die in der Nähe von Ahlfeld an der Leine, beziehungsweise Hildesheim ist so da die Ecke. Also Sorschied liegt ja zwischen Dill und Hecken. Ja. Und ich habe versucht, so ähnliche Worte zu finden. Da ist es mir nicht gelungen, weil es noch kuriosere und kleinere Namen... Also hier ist das Ende der Welt. Ich glaube, das ist der Anfang der Welt. Also ja, das ist auch so eine Art Binär-Geschichte. Vielleicht kriegen wir sogar noch Google Maps schon mal hier auf. Können wir mal schnell machen hier. Also das ist die... Ist es eine Jugendherberge oder was ist es genau? Es ist ein Ort der Kommunikation, der Fantasie und des Abenteuers. Das passt ja wie... Also das passt ja genau sozusagen. Steht zumindest auf der Webseite. Ja, die sind ganz nett vom Kontakt her. Ist zwar ein bisschen schwierig. Warum sind wir jetzt gewechselt? Kann man vielleicht noch mal in ein, zwei Sitzen. Wir werden im Sendegarten vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden nächste Woche. Es ist einfach so, dass hier die öffentlichen Verkehrsmittel einfach echt schwierig sind und dass es einige Absagen gab. Nicht nur wegen der Zeit, sondern auch, weil es halt schwierig hierher zu kommen ist. Ich selber habe eine Anreise von acht Stunden. Das würde es mir auch ein bisschen einfacher machen, dieser Ort, weil das sind dann nur zwei Stunden für mich. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Also es sind mehrere Kriterien. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier nicht willkommen sind mehr nächstes Jahr, sondern es ist einfach so, dass wir jetzt mal versuchen, nächstes Jahr noch mal woanders das stattfinden zu lassen, um so ein paar Punkte rauszunehmen, die einfach schwierig sind hier. Ich möchte von hier hinten aus dem Off anmerken, dass der Sebastian das alles auch noch neben der Orga für Potsdok dieses Jahr nebenbei organisiert hat, eine neue Location für nächstes Jahr zu finden. Ja, das war wirklich sehr herausfordernd, weil es gibt leider nicht allzu viele Locations, die in Frage kommen. Und es gab auch schon Absagen von Locations, die in Frage kommen werden. Aber dazu dann mehr nächste Woche mal. Können wir ein paar Details erzählen. Ja, aber ich bin sehr froh. Also ich habe da ein gutes Gefühl. Die haben auch so einen Sommerhop. Das ist so ähnlich verrückt, wie wir das machen. Auch schon ein bisschen größer. Also da auch Kunst, Kultur, Open Air. Die sind da offen. Das ist also sehr schön. Ich denke, dass wir da, das war jetzt gerade, findet, glaube ich, alle zwei Jahre statt oder so. Und die haben da also Erfahrung. Das heißt, wir können da auch auf professionelle Hilfe dann zurückgreifen oder Empfehlungen, was wir dort nutzen können an Infrastruktur. Ist das so wie hier, so ein leeres Haus oder ist da quasi ein Hotelbetrieb oder irgendwas? Ja, das ist genauso wie hier eigentlich aufgebaut mit Zeltwiese, mit allem. Es gibt zwar nur eine Innenbühne, Außenbühne müssen wir uns dann wahrscheinlich anmieten oder selber was bauen. Mal gucken. Wir sind ja so kreativ. Bei trockenem Wetter setzen wir uns einfach ins Gras und bei nassen Wetter gehen wir eh rein. Ja, Außenbühne müssen wir mal gucken. Also die Details klären wir noch. Ich hätte schon gerne eine Außenbühne. Okay, na klar. Festival-Außenbühne. Muss sein. Ja, ich bin Warmduscher und Schattenparker. Ich würde auch in die Aula gehen, aber okay. Du kannst ja die Innenbühne dann benutzen. Alleine. Alleine. Klar, super. Hier ist eine Frage aufgetaucht. Ja, gerne. Ist denn geplant, dass nächstes Jahr das Wetter wieder trocken sein wird? Dritt im Jahr. Ja. Also ich glaube, das muss man drei Jahre voreinreichen. Ah, okay. Ach, kostet Aufschlag. Ja, wir können eine Sonnengarantie mitverkaufen. Und das Schlechtwetter. Da kann man leichter kündigen. Wenn es regnet, kann man dann leichter vom Ticket zurückdrehen. Ah, okay. So was. Genau. Mit gehangen, mit gefangen. Was auch immer. Also, wunderbar. Möchtest du noch was ergänzen? Nee, eigentlich war es das eigentlich für die Kürze. Also, Terminort. Ach so, ja. Ganz wichtig. Tragt euch bitte ein. Auch wenn ihr noch nicht so hundertprozentig sicher seid. Es läuft dann wieder wie dieses Jahr. Ihr kriegt eine E-Mail. Es ist also unverbindlich. Dann wieder, wenn die Tickets freigegeben werden. Und danach werden sie erst öffentlich geschaltet. Das heißt also, ihr habt sozusagen ein kleines Vorkaufsrecht. und kriegt als erstes die Info. Weil wir wissen jetzt auch noch nicht ganz, wie das nächstes Jahr alles genau ablaufen wird. Und es könnte tatsächlich sein, dass wir die Tickets irgendwo limitieren müssen und dass es dann knapp werden könnte. Aber das ist jetzt sehr viel Spekulation. Aber der Pro-Tipp ist, tragt euch mal lieber auf die Liste ein. Dann seid ihr safe. Aber ja, erst eintragen und dann davon erzählen. Nicht, dass man nicht darüber redet, weil man Angst hat, kein Ticket zu bekommen. Also, wenn du sagst, es gibt ja ein begrenztes Kontingent. Dann könnte es ja auch sein. Ich rede lieber nicht darüber. Ich mache keine Werbung für Potsdok. Ich erzähle nicht, wie toll es gewesen ist. Dann bekomme ich womöglich kein Ticket mehr. Ihr habt ja mich am Twitter-Account. Ich werde das schon auf Twitter. Keine Sorge. Richtig. Also, Werbung machen können wir auf jeden Fall. Deswegen ist es ja schon offen. Die Liste wird einfach nur nach der Reihenfolge. Also, das wird dann halt... Müssen wir schauen. Also, die Liste ist erst mal wichtig. Dann sehen wir ja, wie wir auf der Liste stehen. Und dann haben wir ja schon mal einen Anhaltspunkt, wie dieses Jahr, wie wir planen müssen. Alles klar. Und wir haben da auch eine größere Fläche dort. Also, das ist hier nochmal ein bisschen größer. Die machen ein Event mit 300, 400 Personen. Ach, da brauchen wir ja keine Gedanken zu machen. Alles klar. Also, wir verkleinern uns da jetzt nicht. Und ich denke, das wird alles gut. Das war meine Sorge. Gut. Ein Hinweis noch. Dennis hat den Wunsch geäußert, sich zum Worte zu melden. Da überkommt das Mikrofon rübergereicht. Wäre mir fast durch die Lappen gegangen. Ich habe dieses Jahr noch gar nicht gesagt, dass Potsdok ja die Mutter aller Hörertreffen ist. Oh ja, richtig. Richtig. Die Mutter aller Hörertreffen. Das ist ein wichtiger Claim, der nicht vergessen werden sollte. Ja. Hörer und Hörerinnen sind hier auch herzlich willkommen. Er ist geschlechtersensibel. Hörerinnen und Hörertreffen. Hörerinnen. So. Bringen wir es zu Ende? Ja. Ja, dann. Dann würde ich sagen. Erheben wir uns in den feierlichen Moment. Genau. Wir haben noch ein paar Orgasachen. Die können wir aber gleich, die brauchen wir nicht im Livestream machen. Ja. Genau. Ich bedanke mich auch von meiner Seite, dass ihr alle so toll dabei wart. So improvisiert alles hier dann auch sein musste. Ich fand es super toll. Danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr da wart. Danke an dich. Ja. Ja, das wollte ich nämlich anschließen. Denn der Dank geht ja vor allen Dingen an dich, der das ganze Risiko hier trägt. Braucht ja immer einen, der seinen Kopf dafür hinhält. Und zur Not auch seine Briefkasse. Ja. Danke schön. Ja, gerne. Wetter ganz rot. Das liegt nur an der Sonne. Ja. Das liegt nur an der Sonne. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017